Willkommen bei Hooked FM Folge 166. Wir reden über Dark Souls Remastered, über Spider-Man und Spyro, die Reignited Trilogy, über Final Fantasy 15 DLCs und Splinter Cell Gerüchte, über Firewatch und CrossCode, über die Spiele Far Cry 5, Ghost Recon Wildlands, Sea of Thieves und Curse of Monkey Island, über den Film Fast and Furious 8 und die Serien Legion und Atlanta und zum Schluss gibt es dann noch Robins famoses Formel 1 Fest. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Peace. Und wir wollen wieder über die aktuellen News reden, über ein paar Spiele und natürlich über die Formel 1. Selbstverständlich. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit den News. Es gab jetzt erstmals Videos, erstes Gameplay-Material zu Dark Souls Remastered und zwar auch tatsächlich der PS4 und Xbox One und PC-Variante. Für die Switch haben wir ja schon ein bisschen was gesehen und da hat man festgestellt, okay, das sieht eigentlich so ziemlich genauso aus wie die Konsolen-Version, die wir von früher kennen, nur in 1080p-Auflösung. Und das, was man jetzt gesehen hat von dem Remastered auf den aktuellen Konsolen, beziehungsweise Switch ist ja auch eine aktuelle Konsole, aber ihr wisst, was ich meine. Das sieht dann tatsächlich doch mehr anders aus, als ich dachte, weil ich hätte jetzt wirklich gedacht, es sieht einfach haargenau so aus wie Dark Souls. Aber diese neue Lighting-Engine, die sie benutzen und die 4K-Auflösung und so, das macht doch einen Unterschied, der nach Meinung Fehler nicht immer positiv ist. Ja, das ist halt auch diese Sache. Ich muss dazu sagen, durch diese Licht-Effekte, durch die unterschiedlichen Lift-Effekte, sieht es einfach an gewissen Stellen nicht so ... Naja, also an manchen Stellen in Dark Souls gibt's halt einfach so extrem übertriebene Reflektionen auf Rüstungen oder auf dem Boden, die einfach vorher so eingefügt werden, die nicht dynamisch sich dem Licht anpassen oder so, sondern das wurde einfach so fertig gebaut. Und dadurch, dass das jetzt quasi ersetzt wird von einer dynamischen Licht-Engine, sehen diese teilweise weniger hell, erleuchtend, reflektierend aus und dadurch kannst du halt dir so Screenshots rauskopieren, die dann im direkten Vergleich schlechter aussehen. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass es insgesamt schlechter aussieht. Also ich hatte schon den Eindruck, als ich mir mal das Digital Foundry-Video dann insgesamt angeguckt habe, dass es schon ein ordentliches Upgrade ist. Und man merkt, also ich hab's auch immer gesehen, wann es die next, also die Remastered Footage ist, man sieht da deutlich einen Unterschied. Allein natürlich schon, weil es 60 Frames sind und das abgesehen von der PC-Version nirgendwo funktioniert. Und es hat halt neue Effekte für das Bonfire zum Beispiel, es hat neue Effekte für die Nebelwand und da gibt's halt Leute, die halt sagen, das ist anders, dadurch ist es schlechter. Und da bin ich einfach ... Also das finde ich halt eine seltsame Einschränkung bei einem Remaster, weil dann braucht ihr keinen Remaster. Ja. Ich find's ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil auf Twitter und auch im Reset-Error-Forum und so, dass die ersten Screenshots, die man halt gesehen hat, waren die, wo irgendwie der Typ am Anfang da sitzt in der Ritterrüstung und die wirkte halt im Remaster ein bisschen flacher als im Original, wo sofort die Reflexion da war und sowas. Und dann haben alle erstmal gesagt, oh, sieht ja schlechter aus und so. Aber es gab ja haufenweise Gameplay-Material. Du hast genau gemerkt, wann dieses Embargo gedroppt ist, weil einfach jeder Kanal irgendwas mit Dark Souls Remastered gerade hatte. Und da hab ich mich dann auch durchgeschaut und irgendwann gab's dann eben auch das Digital Foundry-Video, was du gerade erwähnt hast. Und ich finde, ist insgesamt auch deutlich hübscher nochmal an vielen Stellen. Gerade wenn dynamisches Licht mit dabei ist, finde ich, ist das sehr schön anzusehen. Und im Vati-Video dazu habe ich das gesehen, haben sie selbst so ein paar ganz kleine Kleinigkeiten gemacht, wie ab und zu mal so Blätter animiert, die vorher statisch waren. Aber auch nur ab und zu. Also das scheint sehr an auserwählten Stellen zu passieren. Ähm, deswegen bin ich da insgesamt, ehrlich gesagt, überrascht, dass das jetzt doch ein bisschen was gemacht wurde, so. Ja, also ich würde noch nicht so weit gehen. Also bei mir persönlich ist es nicht so, dass ich sagen würde, ich bin angetan davon, wie gut, wie viel besser das aussieht, weil ich finde, es sieht schon insgesamt halt sehr ähnlich aus mit einer neuen Licht-Engine. Und ich finde halt, dadurch, dass, also dieser Remastered-Zusatz erweckt bei mir, auch wenn sowas wie Last Wars ja auch Remastered hielt, aber irgendwie das Wort für Remastered, äh, erweckt für mich nochmal eine größere Erwartung, wie das bei Crash Bandicoot war. Das ist für mich ein wirkliches Remaster. Aber das ist ein Remake. Ähm, ach, aber das heißt, wurde das nicht als Remastered angekündigt? Das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der Wortlaut war, aber es hat ja nicht Remastered im Titel oder so. Naja, also da gehen wir, das ist halt sehr subjektiv, ich würde nicht sagen, dass es ein Remake ist, weil es exakt das gleiche Spiel ist, nur mit einer anderen Grafik. Und das nicht neu gemacht wurde, sondern wurde sich exakt ... Aber Shadow of the Colossus ist auch ein Remake und das ist exakt das gleiche Spiel mit einer neuen Grafik? Nee, nee, da gibt's andere, also das spielt sich ja anders. Das hat anders, das spielt sich nicht exakt genauso wie das ursprüngliche Ursprungsspiel. Ja, Crash Bandicoot ja auch nicht. Nee, doch, Crash Bandicoot wurde doch ... Nee, stimmt, du hast recht, da wurden auch ein, zwei Sachen überwürgt. Ja, stimmt, da hast du dann recht. Also so oder so wäre es eine Semantik-Diskussion, aber bei Remastered denke ich halt vor allem eben an sowas wie Last of Us von ... Wobei ist es schwierig, weil du musst schon ein bisschen was machen, weil sonst ist es einfach nur ein Port. Sonst ist da nichts Remastered. Also nur die Auflösung anzupassen, wäre für mich ein Port, wenn da jetzt sonst nichts passiert. Das auf der Switch ist für mich ein Port. Also natürlich nicht wirklich, weil sie machen ja da auch die Gameplay-Verbesserungen mit rein, die in der Remastered-Version auf PS4 und Xbox One und PC drin sein werden. Aber ... Was ist das? Das muss man noch mal erwähnen. Da gibt's die Bezeichnung ... Also sie machen halt die Covenants, glaube ich, ein bisschen leichter. Irgendwas in der Multiplayer-Grenze ist doch auch erhöht worden, dass du mehr Leute mit drin haben kannst. Und so ein bisschen Bug-Fixing an manchen Stellen. Kann mehr Items benutzen. Genau. Stimmt, genau. Wenn man Seelen benutzt, muss man die nicht mehr alle einzeln im Menü anwählen. Halt so Sachen, die in den späteren Spielen drin waren. Oder wenn man nach unten drückt auf dem Steuerkreuz, dass man auf die Estus, beziehungsweise auf das erste Item in der Schnellleiste kommt. Das war im ersten Dark Souls auch noch nicht drin. Solche Komfortfunktionen sind halt einfach hinzugefügt worden. Die sind dann natürlich auch in der Switch drin. Von daher, da finden schon Veränderungen statt. Und in dieser PS4 und Xbox One und PC-Fassung eben auch noch mal mehr auf optischer Ebene. Aber es ist eben keine große Veränderung. Also ich glaube jetzt, ein Laie, der das im Vorbeigehen sieht, der würde jetzt nicht sagen, oh krass, guck mal. Also ich hätte mir halt gehofft, dass halt wirklich Texturen neu gemacht werden. Sie sind an manchen Stellen verbessert und an manchen nicht. Das ist sehr willkürlich. An den Stellen, denen es halt verbessert wurde, das ist halt sowas wie zum Beispiel dieses Efeu, was du erwähnt hast, das sich bewegt. Das würde mir halt niemals auffallen. Ja, es gibt auch manchmal so Bodentexturen, wo du schon merkst, okay, da haben sie entweder auf eine höher aufgelöste Version der Originaltextur zurückgegriffen oder was Neues gemacht. Aber eben nicht überall. So, dass du manchmal eben noch die alten Texturen hast und dann sehr siehst, oh, das ist eine alte Textur, die man nicht von Nahen betrachten sollte. Aber sie müssen es auch ein bisschen updaten, weil ich glaube, sonst wird es in 4K auch einfach nicht sonderlich gut aussehen. Sheldon Colossus hat denen allen also keinen Gefallen getan, dass es gab und dann 40 Euro gekostet hat. Alle anderen, diese ganzen Remasterer sehen da so halt so richtig schlecht aus im Vergleich. Sheldon Colossus ist so ein hochwertiges Ding, das stimmt schon. Ja, gut, aber das, jetzt habe ich den Release-Termin mir nicht nochmal aufgeschrieben. Es war im Mai, ne? Es war im Mai, ja. Ja, genau. 5. Mai kommt demnächst. 5. Mai, ich weiß nicht mehr. Zwischen dem 1. und dem 30. Mai. Ja, das ist eine gute Schätzung. Gut, wir machen mal weiter mit neuen Infos zu Spider-Man. Da weiß man inzwischen den Release-Termin dank einer Game Informer-Cover-Story, nämlich der 7. September wird es sein. Da erscheint Spider-Man exklusiv auf der PlayStation 4. In dieser Cover-Story von Game Informer gibt es auch noch zahlreiche Infos. Es gibt neues Videomaterial. Es gibt so ein Interview, in dem ganz viele Fragen in sehr schneller Folge dem Director gestellt wurden. Dessen Namen habe ich mir eigentlich sogar aufgeschrieben und kann ihn euch bestimmt gleich sagen. Brian Interhaar. Ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Und das war sehr aufschlussreich und auch sehr unterhaltsam, gerade dieses Interview, wo man so ein paar Sachen erfahren hat. Der sagt zum Beispiel, oder der Interviewer fragt, wird es Microtransactions geben? Und da sagt der Brian direkt Hell No. Also ein sehr deutliches Nein. Es gibt aber Pre-Order-Kostüme für dieses Spiel. Und wenn es die irgendwann als Microtransaction gibt, dann kann man auf dieses Interview zeigen. Und ja, also verschiedene Kostüme wird es auch im Spiel so geben. Es ist jetzt bestätigt, dass man MJ an einer Stelle im Spiel spielen kann. Michael Jackson. Genau, Michael Jackson ist spielbar. Ganz neues Ding. Der kann sich dann auch mit einem Netz, also der würde auch gebissen von einer Spinne. Peter Parker wird gebissen von Michael Jackson. Von Michael Jackson. Kann singen. Ist eigentlich ein Rhythmusspiel. Es wird eine Level-Up-Mechanik geben, was jetzt nicht so überrascht ist. Wer ist denn MJ? Entschuldigung. Na, seine Freundin. Achso, die spielt, Mann. Ach ja schon, das hatten wir schon. Genau, es gab im Trailer ursprünglich, war das mal so angedeutet, wo man so dachte, hä, soll man die jetzt spielen oder ist das nur eine Cutscene? Aber nee, sie wird spielbar sein. Einen Fotomodus wird es geben, genauso wie einen Fast-Travel-Modus, der auch ganz niedlich umgesetzt ist, weil Spider-Man da im Kostüm in der U-Bahn steht, was sehr drollig aussieht. Und sie haben dann auch in diesem Interview über die Zivilisten geredet, die man wohl nicht verletzen kann, aber man kann mit ihnen Selfies machen oder sie high-fiven. Ah, ich dachte, aber emotional kann man sie verletzen. Ich dachte, dass man sie beleidigen kann. Ja, genau. Ja, aber falls ihr da mehr wissen wollt und interessiert seid an Spider-Man, schaut vielleicht einfach mal bei Game Informer vorbei. Viele dieser Sachen gibt es auch einfach online zu lesen. Und ich finde, dieses Spiel sieht super aus. Also diese neuen Videos, wie er durch die Häuser schwingt, das sieht so, 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 so spaßig. Das war für mich die wichtigste neue Info, wie genau das Schwingeln funktioniert. Dass du tatsächlich eine Taste halten und loslassen musst. Und je nachdem, wann du loslässt, wird die Physik anders. Es ist nicht komplett geskriptet oder automatisiert. Ja, genau. Weil in der Vergangenheit hat man auch schon Spiele gehabt, wo man einfach die Taste komplett gehalten hat und da einfach vorne gedrückt hat. Und dann war es das von selbst. Und das wäre für mich halt so ein, geht gar nicht, Ding gewesen. Ich hätte es trotzdem gespielt, aber fände es halt schade. Deswegen bin ich da auch sehr, sehr glücklich drum. Ich freue mich auch darauf, das zu spielen, auch wenn ich immer noch ein bisschen enttäuscht bin, dass es einfach so eine Arkham-Kopie ist. Finde ich mir auch ein bisschen schade. Ja, mal sehen, wie viel es dann am Ende sein wird. Also wie sehr es sich danach anfühlt, weil diese erste Gameplay-Demo, die wir jetzt schon vor einer ganzen Weile mal gesehen haben, das war schon sehr Arkham, gerade wenn du dir die Kämpfer angeguckt hast und so. Werden wir ja sehen am 7. September. Es wurde ebenfalls in der letzten Woche erst geleakt, dann offiziell angekündigt, die Spyro Reignited Trilogy. Da war ja wirklich alles vorher bekannt. Das liegt alle zwei Tage, was Neues zu tun. Ja, das war absurd. Ist jetzt aber auch offiziell angekündigt, soll am 21. September kommen und 40 Euro kosten. Ist im Wesentlichen ein sehr ähnliches Paket zu dem, was mit Crash Bandicoot und der Insane Trilogy gemacht wurde. Nämlich, dass diese ersten drei Playstation-1-Titel neu gemacht wurden in neuer Grafik, verbesserter Steuerung. Haben sie auch schon gesagt, auch die Cutscenes werden alle neu gemacht, logischerweise, weil es würde sonst ein bisschen komischer aussehen. Und auch der OST, also der Soundtrack, wird in ihren eigenen Worten reimagined, also auch neu aufgenommen und ein bisschen verändert. Er wird sich einfach neu ausgenommen, einfach ein neuer Soundtrack. Wir haben das schon interpretiert als Stille. Er scheint für Playstation 4 und Xbox One und im Trailer am Ende, im offiziellen Ankündigungstrailer, sieht man das Logo von Toys for Bob, was dann die Entwickler sind, die nicht die Insane Trilogy vorher gemacht haben, sondern den Switch-Port der Insane Trilogy machen und für diverse Skylanders an diversen Skylanders Spielen mitgearbeitet haben. Also es sind, soweit ich weiß, sogar die Skylanders Erfinder und Macher, wenn ich mich recht erinnere. Oh, das weiß ich gerade nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass sie sind. Okay, dann haben sie jetzt zumindest ein bisschen Erfahrung mit Spyro. Ja, wir haben im Stream gab's letzte Woche schon mal die Frage, wie wir diese Ankündigung finden. Und bei uns beiden ist ja so, wir haben keine große Vergangenheit mit Spyro. Du meintest, du hast es gespielt und fandest es einfach jetzt nicht so einprägsam. Genau, ich hatte es gespielt und war dann okay, das war ein Spiel und dann habe ich es als Kind wieder vergessen. Ja. Hat mich also nie, sondern nicht beeindruckt. Vielleicht kann das ja die Reignited-Trilogie ein bisschen ändern. Ich gucke da gerne mal rein, aber ich bin da jetzt auch nicht so. Ich finde aber sehr cool, immer diese Vergleich-Screenshots zu sehen, diese mega simplen Playstation 1-Landschaften und dann dieses ultra-hübsche, was sie jetzt auf der PS4 und Xbox One machen. Okay. Ebenfalls neu angekündigt, in der letzten Woche wurde DLC für ein Spiel, das einfach nicht aufhören will, erweitert zu werden. Oh Mann ey. Nämlich Final Fantasy 15. Wenn ihr euch erinnert, kurz nachdem wir das durchgespielt haben und so und damals drüber geredet haben, kurz nach Release, habe ich mal gesagt, ich spiele das, wenn das fertig geupdatet wurde und der DLC draußen ist, nochmal durch. Und ich dachte, ich rede da von einem Jahr. Ja. Du redest von ein bisschen mehr. 2019 erscheinen vier weitere DLC-Episoden, nämlich Episode 1 Arden, Episode 2 Luna und Episode 3 Noctis. Jetzt habe ich manchmal 2 und manchmal 3 gesagt. Und außerdem noch eine Side-Story-Episode mit Aranea. Und das sind dann eben so kleine Storys, ich schätze mal, es wird so funktionieren wie mit den Kumpanen, zu denen du auch schon die DLC-Episode und du hattest im Hauptspiel. Die sind ja genauso benannt mit Episoden. Genau, genau, genau. Und das kommt dann eben alles erst im nächsten Jahr. In diesem Jahr, 2018 noch, wird es eine Standalone-Version von dem Multiplayer-Ding geben, von Comrades, was dann auch nochmal geupdatet werden soll. Es hört einfach nicht auf. Der Multiplayer ist so ein Blödsinn, das ist wirklich so Mama's First Monster Hunter in einem Spiel, was dafür gar nicht drauf gebaut wurde. Das ist alles nicht gut, das ist wirklich nicht gut. Also, dass man im Ernst im Frühling 2019 noch DLCs für ein Ende 2016 erschienenes Spiel packen. Das sind ja, also mein großes Problem mit diesen Dingen ist ja immer noch, dass das die DLCs sind, die Leute seit dem ersten Tag gefordert haben, weil die dafür nötig sind und weil die einfach in der Geschichte fehlen. Sowas wie Luna oder Arden. Das findet in der Geschichte nicht statt. Und dann erklärt die Arden am Ende in einem Satz, während die Musik viel zu laut ist und du ohne Untertitel gar nicht verstehst, was er ist. Und dann verstehst du es nicht, weil das vorhin hier erwähnt wurde. Und dann ist es viel vorbei. Und das ist halt mit Luna das Gleiche, noch schlimmer eigentlich. Und dann sagt man sich eigentlich die ganze Zeit, okay, dann werden sie wahrscheinlich im nächsten Jahr, während 17, so Patches raushauen, wo es dann irgendwie, werden dann Cutscenes eingefügt und vielleicht da noch ein kleines Szenario in die Hauptgeschichte. Ne, und sie machen das halt genau wie das, weißt du, also es wären halt spielbare Charaktere. Du spielst in einem riesigen Flashback quasi irgendwie tausende Jahre, ich weiß nicht genau, wandert war. Vor dem Hauptspiel spielst du Arden und du spielst auch Luna. Und da hat halt gar keiner drum gebeten, ne? Wer wollte denn Luna spielen? Ja, ich finde auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass die nicht integriert sind in die Hauptstory. Dass man nicht das Spiel einfach einmal durchspielt und dann werden da die Lücken quasi gefüllt, die vorhanden sind. Sondern du musst es ja immer noch separat anwählen. So ist es ja bei den Episoden mit deinen Kumpels auch. Ich meine, in der Form, wie sie den DLC jetzt bauen, ist das anders auch schwierig und möglich, finde ich, weil es sonst halt weird wäre, dass du dann einen komplett anderen Charakter spielst. Deswegen finde ich es halt auch besser, wenn die DLCs ganz grundsätzlich nicht so aussehen würden, wie sie aussehen, dass sie nämlich den Charakterspiel machen. Weil erneut, niemand wollte jemals Luna spielen. Wer hat durchgeführt? Oh, ich hätte gerne ein bisschen mehr Luna gespielt. Die hat in Kingsglaive immer so schön Hilfe geschrien, ist einmal aus dem Auto gesprungen wie so eine dumme ... Und in Final Fantasy 15 hat sie einmal einen weißen Strahl aus dem Himmel beschworen. Dann ist sie auch verreckt. Oh, das war ein Spoiler. Das muss man vielleicht piepen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ah, Ida und ... Ich bin sehr unglücklich damit, weil das hier keine Zusätze sind, sondern Dinge sind, die eigentlich nötig sind für die Hauptgeschichte, die vor drei Jahren dann fast erschienen ist. Und ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt das sein wird, weil es kann auch einfach sein, dass sie dann Luna zeigen und dann ... Ach, übrigens, Luna wurde auch entführt nebenbei. Und dann wurde sie wieder zurückgebracht, so wie sie das bei Episode Prompto machen, dass Luna einfach eine wacky Side-Story irgendwie erfährt, die mit der Hauptsache gar nichts zu tun hat. Das würde ich denen auch zutrauen. Ich weiß es nicht. Und Ariana ... Ariana ist einfach nur eine random Mercenary, die zweimal auftaucht. Warum ist die so wichtig? Deswegen ist das hier vielleicht auch nur eine Side-Story. Ja. Wobei das ja alles Side-Story ist. Und dann gibt's eher aber die letzte Episode als Episode Noctis, wo man dann nach dem Ende das weiterspielt. Und ich so, was? Why? Ja, wobei das fände ich als Zusatz auch gar nicht so uninteressant. Aber es ist irgendwie ... Ich glaube ich, das war ja auch immer noch komisch. Es war von Anfang an komisch, dieses Spiel und wie es aufgebaut ist und wie du durch das Spiel gegangen bist. Die DLCs, die da angekündigt waren und wie die aufgebaut sind, dachte es ja auch, ist komisch. Der Multiplär ist komisch. Es ist einfach ein sehr komisches Spiel. Die werden auch alle Directed-DLCs vom Director von Ipsos und Ignis, kann man dazu sagen. Ja, weil Tabata ist ja jetzt mit Luminous beschäftigt. Übrigens, Korrektur für letztes Mal. Oh ja, Engine. Luminous war nicht die Engine von Final Fantasy 13. Das war die Crystal Engine. Luminous ist die Engine von 15. Genau, die wurden nur von 15 und 14 verwendet. Und 14 so verändert, ja. Was halt auch eigentlich noch schlimmer ist, weil dann nur für zwei Spiele nicht verwendet wurde. Ich bezweifle sehr, dass die künftig verwendet wurden. Ja, ich glaube, war das Gurglas, der das geschrieben hat? Falls ich das gerade ... Ja, das war Gurglas. Falschzuweise? Okay. Genau, und er hat auch nochmal Crisis Core erwähnt, wo Tabata Director war, wo ich ja ein großer Freund damals von war. Heute weiß ich es nicht, weil ich müsste es nochmal spielen. Ich weiß, dass die Dialoge garantiert nicht mehr so gut funktionieren bei mir. Aber geschrieben hat es Tabata ja nicht. Genauso wie er ja nicht Third Birthday geschrieben hat. Haben wir ja letztes Mal auch schon festgestellt. Ich würde gerne irgendwie zweieinhalb bis drei Jahre nach dem Release von Final Fantasy 15 über Final Fantasy 16 reden. Und nicht über DLC von Final Fantasy 15. Das ist auch so mein Ding. Ja, also, wann glaubst du, kriegen wir eine 16-Ankündigung? Also, wenn sie es mal vernünftig machen wollen würden, würden sie es auf der E3 19 spätestens ankündigen. Weil dann sind wir fast drei Jahre nach Release. Ja. Dann können sie es vier Jahre später veröffentlichen. Das muss eigentlich möglich sein. Es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, nein, wir machen das eher noch ein Jahr später. Oder, das kommt ein bisschen an, wann diese Konsolen kommen, aber machen das quasi als Launch-Titel für die Next-Gen-Konsolen. Das könnte ganz gut vom Zeitlichtrahmen her passen. Aber, also, drei Jahre später würde ich mir eigentlich schon erhoffen, dass sie es mittlerweile mal hinbekommen, dann was anzukündigen. Und das kommt dann auch ein Jahr später aus, spätestens. Ja. Weil vier Jahre reichen für ein großes Spiel. Ja, ja, um 15. Ja, bei Square ist halt immer die Frage, ne? Die haben so gar komplett andere Entwicklungshistorien. Merkt man ja an 15, was das war. Ja, und 13. Und 13, genau. Und 14. Alle letzten Spiele der großen Final Fantasys haben diese sehr merkwürdigen Entwicklungsgeschichten. Da wäre es mal schön, wenn das bei den nächsten nicht der Fall ist. Aber die Leute, die bei Luminous jetzt sind zum Beispiel, die arbeiten ja an einer neuen IP, so wie es aussieht. Also, werden die wahrscheinlich nicht diejenigen sein, die Final Fantasy machen. Aber deswegen vermute ich auch, dass die halt alle schon an 16 seit zwei Jahren arbeiten. Also, das ist meine Vermutung, weil das ja ein anderes Team macht. Und ich glaube, das schließt sie nicht aus. Ich glaube, es kann sein, dass sie das so planen, dass man in der Sekunde, wo man aufhört, über 15 zu reden, weil alle DLCs da sind, die dann bereits 16 ankündigen, sobald Final Fantasy immer in deinem Kopf bleibt. Falls wir jemals aufhören, über Final Fantasy 15 zu reden. Ja, vielleicht sagen wir 2019, ach komm, wir machen noch vier für 2021. Ja. Warum denn eigentlich nicht? Final Fantasy 15, zwei, aber in Form von DLCs. Ich finde es übrigens furchtbar, dass diese Episoden wieder 1, 2, 3 heißen. Stimmt. Obwohl, aber die anderen haben ja keine Namen. Ja, trotzdem. Dann ist er noch förberender. Keine Zahlen mehr. Also, zumindest in diesem Slide, dass sie da gezeigt haben, wo sie es angekündigt haben, hatten die Zahlen. Vielleicht haben sie es ja final gar nicht. Ich muss sagen, das hat mich schon bei Half-Life 2 wütend gemacht, dass der erste Add-on für Half-Life 2 Episode 1 hieß, weil ich doch denken würde, dass Half-Life 2 Episode 1 ist. Also, was ist Half-Life 2, wenn Half-Life 2 Episode 1, Episode 1 ist? Warte, hä, was? Wie hieß das? Episode 1 ist der erste Add-on für Half-Life 2. Aber was ist dann Half-Life 2? Ach so, aber wenn es Episode 2 hieß, dann müsste es ja Half-Life 2, 2 heißen, wie Final Fantasy 10, 2 oder so. So in etwa. Also, ich finde einfach, die Zahl ist einfach weird. Weil, also, es ist so, als wenn, weiß ich nicht, ein großer Film erscheint und dann gibt es davon eine Fortsetzung in der Form von einer Serie und das heißt dann, es ist weird. Ja, aber ich glaube, da hast du das Äquivalent halt nicht, weil in einem Film gibt es entweder eine Fortsetzung oder nicht. Sie machen halt Star Wars A New Hope und dann fangen sie an, danach einen Namen, dann heißt es Star Wars Empire Strikes Backs Episode 1. Ich fand das immer, ich fand das nicht okay. Okay. Gut, hätten wir das mal auch ins Protokoll mit aufgenommen. Wir machen weiter mit Gerüchten um Splinter Cell, beziehungsweise ein paar Sachen, die in den letzten Monaten dazu passiert sind. Zum Beispiel gab es ja mal auf Amazon Kanada ein Listing für ein neues Splinter Cell, das da auch nur Splinter Cell 2018 hieß, glaube ich. In der ITEM-Beschreibung wurde auch die E3 2018 mit erwähnt. Genau, das gibt es inzwischen logischerweise nicht mehr. Jetzt haben Ubisoft einen Teaser für Ghost Recon Wildlands veröffentlicht mit Splinter Cell als Thematik und du siehst halt einfach nur Sam Fisher, der mit dir redet. Und das ist Michael Ironsides Stimme, also die alte Stimme von Sam Fisher. In Blacklist war es ja jemand anders, der auch nicht so beliebt war, so wie ich das mitbekommen habe. Nee, der war einfach total der random Dude und da sah ja auch Sam Fisher jünger aus wieder. Und das ist aber trotzdem Kanon in der Geschichte, also das ist wieder so ein weirdes Ding, vor allem so ein Persia-Ding. Ja, und das führt momentan dazu, dass es durchaus Spekulationen gibt, dass wir eventuell auf dieser E3 bei Ubisoft ein neues Splinter Cell sehen werden und zumindest zeitlich würde es hinkommen, weil Blacklist ist inzwischen echt schon lange her, 2013 glaube ich. Und war, soweit ich weiß, nicht so der krasse Erfolg? Es war mega unerfolgreich sogar, weil auch unglaublich viele Leute daran gearbeitet haben, aber es war halt auch verdammt gut. Das ist halt so meine Sache, also das ist mein Lieblings Splinter Cell nach Chaos Theory. Ich war da mega, mega beeindruckt und überrascht von wie gut das tatsächlich war, weil ich keine Erwartungen hatte. Aber es hat dann diese, man konnte ja auch relativ viel ballern in dem Blacklist und nach Conviction dachte ich mir so, ach, ich will nicht wieder so ein Splinter Cell eigentlich haben, das so auf Action aus ist, aber dann gab es halt auch diese Ghost, den Ghost-Weg und der war wirklich richtig geil für Stealth-Fans. Deswegen fand ich Blacklist super toll und denke mir deswegen, oh, jawohl, es wird Zeit, ich liebe Splinter Cell, Splinter Cell ist eine wahnsinnig wichtige Serie für mich. Aber ich habe Befürchtungen, was ein Tom Clancy Splinter Cell in 2018 oder 2019 von Ubisoft ... Open World Games as a Service. Ja, also Games as a Service ist fast schon gegeben mittlerweile bei Ubisoft und Open World halt auch bei Tom Clancy. Und das würde kaum funktionieren. Ein neues Metal Gear Solid V. Metal Gear Solid V ist ja kein Open World, so wie Ubisoft Open Worlds baut. Also Metal Gear Solid V ist ja missionsbasierte Spiele, wo du abgegrenzte Szenarien durchlebst und die sind dann schon geskriptet in ihren Missionen jeweils. Ähm, auch wenn sie natürlich ... Es sind eher Sandboxen als offene Welten, würde ich sagen. Äh, und das ist dann auch wieder was anderes. Aber wenn ich mir halt eine offene Welt vorstelle, wie das in Ghost Recon und Division und allen anderen Ubisoft-Spielen der Fall ist, vorstelle, dann läuft so ein bisschen, also kalt den Rücken hinunter, weil das will ich überhaupt gar nicht bei Splinter Cell sehen. Ich will nicht mit Sam Fisher in einen Pickup-Truck steigen können und dann Zivilisten umfahren können, um dann irgendein ... Ja, ja, ja. Das wäre auch so ähnlich zu Wildlands. Das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es würde auch sehr ähnlich sein zu Far Cry. Da kannst du ja auch ein bisschen stealthen und so. Also sie haben so viele Spiele, die sich Elemente teilen. Ja. Aber eben deswegen sag ich ja. Deswegen würde es, glaube ich, Sinn ergeben, dass sie es machen, weil auch so Far Cry und Wildlands eigentlich nichts mehr zu tun haben und sich trotzdem fast exakt gleich spielen. Aber meinst du, dann machen sie nochmal dieses Verkaufsargument, hier, guck mal, unsere große Welt mit, was weiß ich, ganz vielen Verstecken. Ich würde es mir halt nicht erhoffen. Ich auch nicht, weil ich ... Aber ich kann es mir so schwer vorstellen, was ... Weil selbst in Blacklist ist es doch so, dass du in vorgefertig designte Levels hast und so. Und ich finde, Sam Fisher ist halt jemand, den stelle ich mir immer in engen Räumen vor, weil er da am besten arbeitet, wenn er irgendwie im Spagat zwischen Wänden klemmt über Wachen. Und Open World ist so konträr demgegenüber, wenn man es nicht so macht wie Metal Gear Solid, weil das hat gezeigt, dass Stealth und Open oder Semi-Open World halbwegs zusammenpassen. Oder was heißt halbwegs zusammen, hat ja super funktioniert dort mit der Missionsstruktur. Und das wäre sehr, da müssten sie sich schon ganz schön was einfallen lassen. Ich kann es mir aber echt nicht vorstellen, dass wenn sie Splinter Cell machen, glaube ich nicht, dass es Open World wird. Ich bete dafür, denn die linearen Levels, also wenn man in Pandora Tomorrow diesen Zug entlang, ich weiß nicht, hast du mit Pandora Tomorrow hier gespielt? Nicht wirklich. Es gibt so eine Szene, wo du an den ... Ich glaube nur das erste Level oder so. Ach, da bist du halt auf einem fahrenden Zug unterwegs, in einem fahrenden Zug unterwegs. Im ersten Level? Äh, bitte? Im ersten Level? Nee. Du meinst generell irgendwann? Später in Pandora Tomorrow bist du in einem fahrenden Zug unterwegs, um halt da einen Fahrgast irgendwie zu meucheln oder zu entführen oder irgendwie sowas. Äh, und dann musst du halt auch zwischendurch auf den Zug und da an der Seite des Zuges entlang klettern und wirst dann zur Seite gewählt. Okay. Unfassbar cool. Und von diesen Momenten gibt's halt unzählige für mich in der Splinter Cell Historie. Und selbst so ein Sandbox-Ding, da würde das so ein bisschen verloren gehen. Äh, deswegen, ich würde mir tatsächlich ein lineares Splinter Cell hoffen, ein komplett lineares, missionsbasiertes Splinter Cell. Sandbox-Ding à la Phantom Pain fände ich auch okay, auch wenn mir das nicht mein größter Wunsch wäre. No Hero Open World. Meiner auch nicht. Meiner wäre auch dann das Klassische, weil das Globetrotting auch so ein bisschen dazugehört. Das ist halt schwer umzusetzen, wenn du Open World hast. Das sei denn, du hast mehrere und das wird dann gleich wieder sehr anstrengend. Ähm, cool fände ich solche Settings wie Hitman so wirklich ... Also auch, das wäre auch Sandbox. Ja, freie, ja genau, Sandbox-artig, aber halt auf einem sehr kleinen Maßstab, dass du nicht eine grisige Karte hast oder so, sondern einen kleinen Ort, aber den sehr intim kennenlernst und es da viele Möglichkeiten gibt, voranzugehen. Ähm, selbst durchgespielt habe ich übrigens nur Splinter Cell 1, fällt mir gerade ein. Ich habe Pandora Tomorrow nur angespielt, Chaos Theory ziemlich viel gespielt, aber nicht durch. Äh, weiß aber auch nicht mehr warum. Ich weiß aber noch diese, diesen, diesen, diese ersten paar Minuten von Chaos Theory, das ist ein schwer auszusprechender Name, ähm, waren reinste, reinste Grafik, äh, ja wirklich. Also das sah absurd gut aus, als das rauskam. Ich kann mich auch an jede Sekunde von dem Opening-Level erinnern. Ähm, und dann Double Agent war halt wunderschön auf Next-Gen, das war ja ein frühes 360-Spiel, PS3-Spiel und PC dann auch. Das habe ich gar nicht gesehen. Äh, und sah halt unglaublich gut aus und war unglaublich gut inszeniert, war allerdings nicht so richtig Splinter Cell mehr, ähm, weil das halt auch ist, du hattest so ein, so ein Hub-World, wo du so rumgelaufen bist zwischen den Missionen. Und dann, wenn du ein Stealth hattest, hattest du deine Tools nicht so wirklich wie, wie früher. Aber dann gab's davon ja auch eine Xbox-Version, eine Original-Xbox-Version, die quasi eine direkte Fortsetzung von, ähm, von Chaos Theory war. Das waren zwei komplett unterschiedliche Spiele, die zwar eine ähnliche Geschichte erzählt haben. Und teilweise, also, Double Agent auf der Next-Gen hat halt geschichtlich so ein Problem, dass es unvollständig wirkte, weil es unvollständig war. Die komplette Geschichte war nämlich in der Xbox-Version. Und auf der 360 und PC hast du so eine Abridged-Version davon, äh, bekommen, wo aber Sachen erwähnt wurden, die du nur so richtig auf der Xbox gesehen hast. Das war mega seltsam. Ob das denn zustande ist? Ich weiß nicht, das scheint irgendwas, da scheint irgendwas schiefgelaufen zu sein. Ähm, und was man, was ich noch erwähnen muss unbedingt bei einer neuen Splinter Cell, was ich mir hoffe, ist ein guter Multiplayer. Bei Pandora Tomorrow war der, ähm, Merc-Verspy-Mode drin, wo ein Team in der Third-Person-Perspektive wie im Singleplayer rumgeschlichen ist und die anderen in der First-Person-Perspektive rumgeballert haben, der auch für Blacklist zurückgebracht wurde, das ist einer der besten Mehrspieler-Modi, die es jemals gab, also für mich in irgendeinem Spiel. Ich hab in Pandora Tomorrow so unglaublich viel Zeit verbracht und auch tatsächlich dann ein bisschen mit Blacklist, ähm, wenn man das wieder richtig hinbekommt, kann das richtig großartig sein. Vielleicht wäre das eine Idee. Macht ein Singleplayer-Spiel und haut dann diesen, äh, diesen Merc-Mode, äh, als Bonus raus und man baut das als Games-as-a-Service auf, der dann kontinuierlich abgedatet wird. Das wäre so meine, meine, meine Hoffnung, mein Wunsch. Keine Blacklist mal auf der Wii U gespielt. Ja, richtig, das ist auch komisch. Das hatte die Ladezeiten des Todes. Gut, das soll zu Splinter Cell gewesen sein. Ist wie gesagt alles ein Gerücht, ne? Also da steht noch nichts fest, aber ich glaube, man kann die, also die Spekulation ist sehr nachvollziehbar, gerade wenn es jetzt auch so Ankündigungen zu Splinter, äh, zu, zu Wildlands gibt und sie da den alten Voice-Actor zurückholen und so, das ... Ja, der wird nicht nur für so einen Teaser, glaube ich, seine, 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 seinen Lohn eingefahren haben, weil er ganz schön kosten wird, Michael Ironside. Deswegen glaube ich auch, dass das ein sehr sicheres Zeichen dafür. Also allgemein, dass das überhaupt Sam Fisher da ist, die würden nicht Sam Fisher in einem anderen Spiel zeigen, wenn er nicht sein eigenes Spiel bekommen würde, weil dann würde, ja, sie würden wissen, die sie auf den Tag dafür bekommen würden. Das ist wie mit dem Crash Bandicoot-Skylanders-Ding. In der Sekunde, wo der bei Skylanders kam, wussten sie, oh fuck, wir müssen auch die normalen Crash Bandicoots machen. Es ist auch eigentlich ganz smarte Kost-Promo, weil Wildlands ja sehr erfolgreich ist. Ja, und es hat halt sehr, sehr, also es gibt ja in Wildlands schon Splinter Cell, äh, Klamotten. Du kannst dich einfach als Sam Fisher verkleiden und es spielt sich ja auch in gewissen Weisen sehr ähnlich, dass du halt, ne, ja auch, äh, sehr großen Stealth-Fokus in diesem Spiel hast. Ähm, genau das ist halt ein Grund dafür, warum ich mein Open-World-Ding so schwer vorstellen kann, weil dann, das, also, Wildlands ist Open-World Splinter Cell. Also, äh, nur mit ein bisschen mehr, ja, Folter und Drogen, komisch. Aber, denk da einfach dran, es ist auch immer noch eine Möglichkeit, dass es einfach nur ein Ghost-Reading-Wildlands-Ding ist. Das wäre sehr, sehr tragisch, ja. Und mehr nicht. Das wäre tragisch, ja, aber. Gut, noch zwei, äh, Port-Ankündigungen. Zum einen erscheint nämlich Firewatch für die Switch noch im Frühjahr. Ein genaues Datum gibt's da allerdings noch nicht. Äh, finde ich aber ganz schön, äh, kann ich mir auch gut vorstellen auf der Switch. Und, äh, Cross-Code, über das wir ganz am Anfang von Hooked mal gequatscht haben, da haben wir auch mal ein Video zu gemacht, äh, noch bevor es auf dem PC erschien, wird auch auf die Konsolen kommen. PS4 ist schon bestätigt. Möglicherweise kommt's auch für andere Konsolen, da gibt's noch keine großen Details zu, zumindest keine, die ich jetzt, äh, sofort gefunden habe. Und, äh, ja, das finde ich aber ganz schön. Es kommt ja vom deutschen Entwickler, Cross-Code, und, äh, ist auch ein sehr spaßiges Action-RPG im SNES-Stil, also so Pixel-Art-Look. Das wollte ich hier nur noch mit einbringen. Das soll's gewesen sein zu den News für diese Woche. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Ihr könnt über audible.de slash hooked ein kostenloses Probe-Abo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probe-Monat hinaus behalten könnt. Also schaut mal vorbei bei audible.de slash hooked für das kostenlose Probe-Abo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut auch da mal vorbei. Schließlich sei da noch unser Amazon-Affiliate-Link erwähnt, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr eben sonst noch gerade braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Du hast ja schon beim letzten Mal über Far Cry 5 geredet, dass du jetzt durchgespielt hast. Hat sich da dein Eindruck noch mal geändert irgendwie? Weil bisher war es ja so, ne, Open-World-Chaos spaßig, Story bescheuert. Ja, sie wird nur schlimmer. Also das Ende ist wirklich so spektakulär. Ich habe selten ein Ende gesehen, was gleichzeitig so vorhersehbar und so, also vor den Kopf stoßend ist. Also weil es war exakt das, was ich mir gedacht habe, was es ist, was so am dümmsten ist. Ja. Und das ist aber auch gleichzeitig wirklich so blöd, dass ich es trotzdem nicht fassen konnte, obwohl es so absehbar war. Ähm, also es ist wirklich richtig schlecht, dieses Ende. Und passt aber sehr, sehr gut zum Rest des Spiels. Äh, diese, 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 diese Storytelling und wie, wie sich dann auch, also das ist alles furchtbar. Ähm, und dann, ich werde auch nicht weiter reingucken, weil, ähm, ja, es ist, es ist mir dann zu samey, zu sehr Far Cry 3 und 4 gewesen, nur in schlechter. Äh, äh, aus, natürlich aus einer erzählerischen Perspektive, weil die ist für mich einfach dann doch noch so wichtig genug, dass sie Einfluss auf mein Spielerlebnis nimmt. Auch wenn das dann spielmechanisch ein Fortschritt ist gegenüber 3 und 4, ähm, ist es der Fortschritt nicht groß genug, dass eben die Ermüdungserscheinungen, die sich für mich für die Serie sowieso schon gezeigt haben und dann die dann nochmal verstärkt werden durch die Geschichte und durch die Charaktere, äh, dass die Idee entgegentreten könnte. Äh, deswegen fand ich das dann alles dann doch sehr enttäuschend. Insgesamt? Ja. Okay. Aber ohne, dass du jetzt sagen würdest, Far Cry 5 ist ein schlechtes Spiel? Ähm, Far Cry 5 hat sehr schlechte Aspekte. Es ist ein sehr mittelmäßiges Spiel, finde ich, mit, äh, ein sehr mittelmäßiges Spiel, wenn du die Geschichte überspringst, würde ich sagen. Oh, okay. Weil da scheinen ja die meisten eher so ihren Spaß dran zu haben an diesem Open-World-Chaos. Ja, ich würde halt immer, auch da sage ich halt, es gibt halt die Verbesserung, äh, aber dann ist es trotzdem immer noch sehr 3 und 4. Okay. Äh, und das hat sich halt nicht weiterentwickelt, oder nicht genug weiterentwickelt, dass ich dann immer noch Spaß daran hätte. Ähm. Wie lange hast du gebraucht fürs Durchspielen jetzt? Weißt du das aus dem Kopf? Ich würde so zwischen, also ungefähr 20 Stunden würde ich wahrscheinlich schätzen, aber, also ich, es geht auch in 15 sicherlich. Okay. Äh, geht bestimmt auch in 60. Äh, muss ich übrigens dazu sagen, ähm, es hat sich, äh, unglaublich gut verkauft. Äh, hat Ubisoft gerade bekannt gegeben, doppelt so oft wie Far Cry 4, der erfolgreichste Launch Ubisoft hier hatte nach, äh, The Division, also sogar noch erfolgreicher als was... Also hat sich's jetzt schon doppelt so oft verkauft wie Far Cry 4 oder so? Nee, in dem Zeitraum. In dem gleichen Zeitraum. Ja, genau. Also in der ersten Woche hatte ich's doppelt so oft verkauft wie Far Cry 4 in der ersten Woche, was aber auch unfassbar krass ist, äh, wie ich finde. Äh, und, äh, zweiterfolgreichster Launch nach, äh, Division, also sogar erfolgreicher als was wie Wildlands, was ja ebenfalls unfassbar erfolgreich war. Und das zeigt mir nur, dass, also Ubisoft hat's einfach, ne? Ubisoft hat halt, ist wirklich am Nabel der Zeit. Ich find das auch faszinierend. Ähm, und es ist, also ich, da hätte ich halt nie mit gerechnet. Das ist ja das zweite Mal. Na, ich hatte Wildlands gespielt, dachte mir so, boah, das wird ja gar richtig krass floppen, dieses Spiel. Ja, ja, aber Far Cry hat wenigstens schon ein Profil. Also, da kann ich mir vorstellen, dass das Leute kennen. Daher überrascht es mich da nicht so sehr, wie es bei Wildlands überrascht hat. Aber wie kommt das dann, dass es jetzt doppelt so viele sind wie Far Cry 4? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist es, was ich so krass finde. Das versteh ich halt nicht, wo die alle herkommen. Ähm, aber ist natürlich, also ich, ich, ich gönne es halt Ubisoft, ähm, aber es wird sie halt nur bestärken in diesem, machen wir da nochmal Far Cry 5. Ähm, andererseits hat dann Ubisoft gerade auch erst sowas wie Assassin's Creed Origins veröffentlicht, was ich dann wieder richtig geil fand, auch mit dem, was sie neu machen. Ich glaube einfach, man kann da nichts generell, also, es ist, glaube ich, sehr schwierig bei Ubisoft einfach generell zu sagen, ah, die machen nur das, das ist scheiße. Ah, die machen nur das, das ist geil. Sondern sie haben halt die Serien und die Serien und manche sagen mir zu, manche sagen mir nicht zu. Ich glaube, das ist einfach das, worauf man sich einstellen muss. Okay. Du hast mir aber gesagt, du hast dann noch Ghost Recon Wildlands gespielt. So, äh, weil, also, ich habe ja Wildlands zum Release so gar nicht wirklich gespielt. So ein bisschen wirklich nur. Und das kann ja ... Ja, im Stream haben wir es ja auch mal gespielt. Im Stream, genau. Und ich habe es ganz, ganz ein bisschen davor und danach noch gespielt. Das kam doch auch sehr ähnlich raus, so zu Nier und, äh, und der Switch, glaube ich. Ich glaube, ich erschien auch irgendwie im Februar, März oder so. Äh, und das ist halt für mich so komplett so, ja, okay, Wildlands, mhm. Äh, und dann habe ich halt sehr, sehr schnell das wieder ignoriert. Beim Spielen von Far Cry, wenn mir das wieder aufgefallen ist, ist das nicht einfach nur exakt das Gleiche wie Wildlands, nur vielleicht ein bisschen weniger meins im Vergleich zu Wildlands, weil ich ja auch Far Cry 5 eher Stealth-mäßig spiele. So, auch da roleplay ich den Typen, der dann ja heimlich von der Sniper und sowas. Und da ist ja Wildlands viel mehr drauf ausgelegt. Es ist ja viel mehr dieses Stealth-Spiel, wo du auch ganz, ganz schnell stürmst, wenn du ein paar Mal getroffen wirst. Ja, das bezeichnet sich ja auch als Taktik-Shooter, ne? Genau, wo du hast ja dein Team, dem du dieses, äh, synchronisierten Schüsse fehlen kannst, aus deiner Drohne und so. Also richtig viele Sachen. Ghost Recon ist ja auch ne Taktik-Reihe. Ja, genau. Das ist natürlich jetzt weniger als zuvor ne Taktik-Reihe, aber immer noch, man merkt die Ursprünge. Ja. Und dann hab ich, kam auch vor ein paar Wochen so eine Nachricht, dass das geupdatet wurde für die Xbox One X. Und ich dachte mir so, okay, hey, vielleicht soll ich einfach nochmal reingucken, hab's nochmal installiert. Ähm, und hab's auch wirklich so drei, vier, fünf, sechs Stunden gespielt, eine ganze Weile. Ähm, und fand's auch echt dann ganz cool, jetzt beim, wo ich dann, wo ich so eingestiegen bin. Ähm, und hab jetzt aber keine Lust, das wirklich mehr zu spielen, weil es halt so ähnlich zu Far Cry 5 ist. Ja. Also es fühlt sich halt besser an als Far Cry 5, find ich. Ich finde, die Welt ist sehr viel beeindruckender als Far Cry 5, weil es halt so abwechslungsreich ist. Du hast halt Dschungel, du hast Sümpfe, du hast, äh, Wüsten, du hast Schnee. Es gibt doch da diese Salzwüste, oder wie das heißt. Genau, genau. Du hast alle möglichen Biotope da in Bolivien spielst, glaub ich. Und ist ja auch eine dafür größere Spielwelt als Far Cry 5. Gleichzeitig find ich die Hauptmission besser als in Far Cry 5, weil du da tatsächlich mal sowas hast wie hier, äh, da ist irgendwie ein Politiker, der gerade mit einer Prostituierten in diesem Raum schläft und du musst ihn filmen dabei, weil er, der ein Unterstützer dieses Kartells ist, und so kannst du dann ihn quasi daraus erpressen, sodass er das Kartell nicht unterstützt. Und da darfst du halt dann nicht entdeckt werden, während du in dieses Hotel reinschleichst und dann deine Drohne halt da hinschickst. Äh, und das find ich halt, das sind halt Missionen, die es in der Form in Far Cry 5 kaum gab. In Far Cry 5 war's meistens, da ist eine, da ist jemand, geh weiter hin und töte ihn. Äh, und weiter geht's dann nicht. Äh, und allein, dass es so ergibt wie, werd nicht entdeckt, äh, gibt dem Ganzen nochmal einen eigenen Dreh. Ähm, ich find halt immer noch, also, das hat, das braucht halt so viel Zeit, von Mission zu Mission zu fliegen, äh, und es ist so viel Filler da drin, auch mit dem, äh, Skill-System, ähm, dass ich da einfach gerade nicht so viel Lust drauf hab, aber ich glaub, ich werd immer mal wieder reingucken. Äh, einfach weil das dann schon Spaß macht, auch wenn, je nachdem, was auch das Splinter Cell-Ding ist, äh, wenn das vielleicht wirklich so ein kleiner Story-DLC ist. Ein Mini-Splinter Cell? Äh, Mini-Splinter Cell. Vielleicht. Also, ich wollte nur noch mal sagen, dass ich das, glaub ich, zum Release einfach wegen dem Release-Zeitpunkt, äh, so ein bisschen hab wegfallen lassen und ich da, glaub ich, echt ordentlich Spaß dran haben könnte, wenn ich es zur richtigen Zeit spiele, weil es so, also, das Ballern hat mir mehr Spaß gemacht in Ghost Recon jetzt als in Fabian. Okay. Ist dir generell Third-Person lieber als First-Person oder spielt das da gar keine Rolle? Es spielt eine Rolle, weil es beim, beim Stealthen ist es, glaub ich, für mich schon lieber. Ja? Also, es ist, dieses Role-Playing vom Umstealthen ist einfach für mich besser möglich in der Third-Person, äh, und es hat ja auch, du kannst dich jetzt natürlich auch hinlegen, allein das ist ja schon ein ganz, ganzer Unterschied. Auch wenn man ja sagen muss, Wildlands, äh, du kannst ja einstellen, ob es in die First- oder in die Third-Person geht, wenn du anvisierst. Ja. Wenn du anvisierst, im Standard geht's in die First-Person tatsächlich, äh, und ich, ähm, also, du kannst auch den rechten Stick einfach reindrücken beim Zielen, dann ändert es. Und dynamisch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Sniper ziehe, würde ich natürlich schon in die First-Person gehen, weil sonst bringt die Sniper nicht so wahnsinnig viel. Äh, weil wenn ich mit einer schallgedämpften Pistole durch ein, äh, Gebäude schleiche, dann macht es in der Third-Person viel mehr Spaß, weil das dann dieses Role-Playing ist. Ähm, ja, also, es ist eigentlich echt ein ganz cooles Spiel, in das man, glaub ich, schon mal reingucken könnte, wo auch der Koop-Modus deutlich besser integriert ist als in sowas wie, ähm, wie Far Cry 5. Da ist es ja wirklich so, ja, ihr könnt alles machen, aber es wird nichts gespeichert, Pech gehabt. Äh, und in Ghost Recon ist es zumindest so, dass die Mission, die du in deiner Welt auch schon freigeschaltet hast, du auch im Koop machen kannst. Es ist ja auch inhärent ein Koop-Spiel, beziehungsweise wurde viel mehr so beworben. Ja, ja. Ähm, meine Feststellung bei diesen Ubisoft-Spielen dieser Art, auch mit Far Cry und so, äh, ist die, dass ich die immer mal anspiele, weil Ghost Recon Wildlands war ja auch angespielt, äh, mal in dieser Trial-Version, die sie da hatten, wo du irgendwie eine Stunde spielen kannst und dann, äh, war's das. Oder du kannst sogar ein bisschen länger spielen, glaub ich, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, dass mir das im Moment, in dem ich spiele, Spaß macht, also allein schon, wenn man da so irgendwie in Flugzeuge oder Hubschrauber rein kann, und dann so durch die Gegend fliegt, daran hab ich ja Spaß an solchen Sachen. Ähm, aber auch an dem Open-World-Chaos an und für sich oder dieses Selbstüberlegen, wie man einen Stützpunkt infiltriert. Aber so wie ich dieses Spiel dann ausmache, und so geht's mir gerade mit Far Cry 5 wieder, und so ging's mir auch damals mit, äh, White Lanes, so wie ich das ausmache, hab ich, bin ich gedanklich komplett wieder weg davon. Also ich hab nie dieses, okay, jetzt will ich dieses Spiel weiterspielen. Wenn ich's anmachen würde, hätte ich bestimmt wieder Spaß dran, aber es gibt nichts, was mich dahin zurückzieht. Dann guck dir doch mal das Ende an, gleich. Von Far Cry 5? Ja, ja, das werd ich nie spielen. Was ist es denn? Was glaubst du, was ist es? Naja, du hast ja schon gesagt, dass du's gespoilert hast im Stream, deswegen kann ich's mir sehr gut vorstellen, was es ist. Ja, das ist so lame, Tom. Ich wirklich, es kam so, also ich weiß ja nicht sagen, was es ist, aber du bist so in der letzten Phase dieses Spiels, und mit dir redest Charakter, und ich dachte mir so, oh, jetzt jede Sekunde, jede Sekunde. Und das ist halt genau das, auch genau so, wie ich es mir dachte. Und ich hab, das war so ne Mischung aus ganz tiefen Seufzen und Auflachen. Also ich wusste nicht so richtig, was ich, oh, das ist so scheiße. Sehr schön. Ja. Fühl ich aber lustig. Ist halt wie so ein 13-Jähriger, der cool sein will. Also wirklich, wenn ich, als ich 13 war und ne coole Geschichte, die sähe genau so aus. Oh. Okay. Gut, dann lassen wir diese Ubisoft-Spiele mal hinter uns. Ich habe in der letzten Woche kein wirklich neues Spiel gespielt, außer halt Sea of Thieves ein bisschen weiter. Du hast auch gestern auch gespielt. Und, ja, ich hab gestern Abend nochmal ne Runde gemacht. Oh, jetzt mal zusammenspielen soll ich aber auch gestern auch gespielt. Tatsächlich, ja. Du bist ja immer offline, man sieht ja nicht, wenn du spielst. Ja, das stimmt. Ich hab mir so zwölf Kisten aufgeladen, ohne dass ich's gemerkt hab, so richtig. Weil diese Goldholder-Quests einfach irgendwann so involviert werden, dass du zu fünf Inseln hintereinander gehst und da Kisten ansammelst. Deswegen glaube ich, ist dieses 20-Kisten-Achievement auch nur so eine Frage der Zeit. Aber ich will gar nicht groß darüber reden. Was ich mir geholt hab in der letzten Woche ist das Artbook zu Sea of Thieves. Das ist jetzt erst erschienen. Und das ist ein richtig, richtig tolles Artbook. Einmal das möchte ich erwähnen, weil sowieso ich das Art-Design von Sea of Thieves super finde. Und es ist mal schön zu sehen, wie diese Designs zustande kamen. Weil sie in dem Artbook wirklich zeigen, okay, so sahen die Charaktere ganz am Anfang mal aus. Wir haben so verschiedene Sachen probiert. Hier so ein paar realistischere Stile hin zu einem noch deutlich cartoonigeren, als es jetzt geworden ist. Oder zu zumindest übertriebeneren Proportionen. Und die Proportionen sind schon übertrieben. Auch bei den Schiffen selbst oder sowas. Also auch bei Designs abseits von Charakteren. Und das mag ich total. Genauso mag ich auch, dass das nicht einfach nur die ganzen Bilder sind. Auch wenn das natürlich sehr hübsch ist. Sondern dass immer so ein bisschen Text dazu steht, der klärt, okay, wie sind sie da hingekommen? Was sehe ich da eigentlich? Manchmal benutzen sie da zwar Sprache, die sehr klingt, als ob sie auch an Art-Designer gerichtet ist. Wo ich dann denke, äh, was heißt das jetzt? Aber das wäre dann auch schon die größte Kritik. Was ich aber super aufschlussreich fand, ist zu sehen, was alles im Art-Design-Prozess drinsteckt. Was ich gerne im Spiel hätte. Weil sie sagen ganz am Anfang, wir zeigen hier auch Sachen, die es nicht gibt in Sea of Thieves. Und das sind ja Konzeptsachen. Das ist ja sowas total Übliches. Und sie sagen aber auch, Sea of Thieves ist halt ein Spiel, was sich immer weiter entwickeln wird. Und erst in der letzten Woche haben sie halt auch gesagt, dass in dieser Woche, also jetzt die Tage noch, ein Video erscheinen soll mit einer Roadmap, was als nächstes kommt in Sea of Thieves. Wo ich sehr gespannt drauf bin, weil das ja für viele auch ein bisschen ein Zeichen sein wird. Okay, ist das Spiel nochmal interessant für sie? Weil ganz viele Leute ja nun mal verprellt wurden nach den ersten paar Stunden. Und das fand ich insofern ganz witzig, weil da eben, wie gesagt, Sachen sind, die ich sehr interessant finde. Da wurden zum Beispiel Sachen gezeigt wie weitere Händler. Es gab wohl mal einen Händler für Potions, für Tränke, wo ich mir sofort dachte, okay, sind das dann die Häuser? Oder diese zweiten Etagen in den Häusern, in den Outposts, die gerade geschlossen sind? Weil es gibt in jedem Outpost immer, glaube ich, ein Haus oder eine Etage mit einer Tür. Die ist aber geschlossen. Also könnte ich mir vorstellen, wird vielleicht noch irgendwann kommen. Genauso wie es auch mal einen Händler gab für Karten. Also auch das muss irgendwann mal ein Element im Spiel selbst gewesen sein. Und was ein bisschen bitter ist, sind die Schiffsoptionen, die da gezeigt wurden. Weil sie selbst schreiben, ja, das Schiff ist ja so Teil von einem selbst, vom eigenen Charakter. Und man soll sich damit ausdrücken können. Und so viele Schiffsoptionen und Customizing-Möglichkeiten wie nur möglich haben. Und im Spiel selbst gibt es halt kaum welche. Also du kannst ja irgendwie sechs Galleonsfiguren dir holen, acht verschiedene Segeltypen und nochmal acht verschiedene ... Lackierungen? Ja, genau, Lackierungen. Wie auch immer man es sonst nennen würde. Und die sind alle außerdem mega teuer. Das heißt, es dauert ewig, bis du anfangen kannst, dein Schiff zu customizen. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Auch wenn ich es durch Spahn hätte schon machen können, aber wollte ich einfach noch nicht. Und das ist ein bisschen schade, weil sie da halt auch so Sachen zeigen wie die Captains' Quarters, also deine eigene Kajüte. Und wie es da so kleine Möglichkeiten gäbe für die Individualisierung. Und da kann ich mir aber vorstellen, dass das auf jeden Fall noch in irgendeiner Form kommen müsste oder sollte auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da war kein Zweifel. Du siehst auch weitere Instrumente in den Konzeptzeichnungen, wie so eine Trommel oder eine Violine. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Super Möglichkeit, das zu erweitern an der Stelle. Was ich auch super spannend fand, ist, dass sie die Sea of the Damned, also das, wodurch du segelst, wenn du stirbst, auf dem Geisterschiff, dass das mal als erkundbarer Ort scheinbar geplant war. Oder zumindest haben sie es versucht, im Art Design ein bisschen festzustellen, wie das aussehen würde. Dass du da auch so hinkommen solltest, nicht nur durchs Sterben. Und das sind super coole Konzeptzeichen. Und da hoffe ich auch, dass sie das vielleicht in irgendeiner Art nochmal verwerten können. Weil du da durch so ein Meer fährst mit so einer Art Leuchttürme, die aber riesige Sanduhren sind und oben dann halt so ein Licht drauf haben. Oder so sehr verquere Inseln, über die sich Ketten winden mit versunkenen Statuen, die so halb nach oben rausragen. Also man sieht das und hat sofort so dieses, okay, da will ich hin, diesen Erkundungsbedarf. Oder auch, was ich auch bei denen nochmal, um auf die Schiffe zurückzukommen, ein bisschen lustig fand, ist so ein Ding zu den Schiffsnamen. Weil auch da gibt es wirklich einen Absatz zu in dem Artbook, wo steht, ja, ein Schiff ohne Namen, das geht nicht so, ist nichts wert und so. Und du kannst ja dein Schiff nicht benennen. Und da haben sie so Plaketten drin, diese verschiedenste Plaketten designt, die so über der Kajüte sind oder so. Oder an der Seite vom Schiff, wo der Name des Schiffs draufsteht, gibt es halt einfach nicht. Das ist auch wirklich seltsam, dass da auch nicht auf Eingang wird. Finde ich auch total seltsam, genau, weil im Artbook nehmen sie selten Stellung darauf, ja, das ist so der Stand im Spiel, das hier ist irgendwie noch geplant oder so. Weil wenn man das so schreiben würde, dann könnte man zumindest sehen, ah, okay, teasern sie schon ein bisschen an. So muss man raten, ist das Anteasern oder ist es ein gestrichenes Feature, was es einfach nicht geben wird, das weiß ich nicht. Bei den Monstern ist es ja genauso, da habe ich auch einen Tweet zu gemacht, wo man so verschiedenste Kraken sieht. Es gibt so einen Mimik-Island-Mimik-Kraken, wo du wirklich eine Insel hast, aber eigentlich ist es ein Kraken unter der Insel. Also es ist nur so ein Fake, was ich einen super coolen Moment fände im Spiel selbst. Oder auch so riesige Fischmonster, die so ein bisschen aussehen wie so ein riesiger Zitteraal. Also da gibt es noch diese ganzen Möglichkeiten. All das, was man, glaube ich, gerade so fordert von dem Spiel von Sea of Thieves, wo man so sagt, das sollte noch inhaltlich drin sein. Und das und warum gibt es hier nicht mehr und da nicht mehr. Dessen sind sich Rare hundertprozentig auch vor dem Release schon bewusst gewesen, wenn nicht sogar schon die Hälfte davon ohnehin geplant ist. Es gibt ja auch oft den Vorwurf, dass das Spiel einfach nicht fertig entwickelt wurde, bevor es raus ist. Fällt mir schwer einzuschätzen, ob da Microsoft irgendwann gesagt hat, nee, wir bringen das jetzt mal raus, bevor ihr noch irgendwie ein Jahr länger dran sitzt und wir da nichts mitmachen können und erweitern es dann nach dem Release. Falls das eine Entscheidung war, dann weiß ich nicht, ob die so gut war. Verkaufstechnisch sieht es ja eigentlich ganz okay aus gerade, ganz gut. Nur die Kritikerstimmen sind halt insgesamt nicht so gut. Aber ich fand das super interessant mal zu sehen in diesem Artbook, wie viel da drinsteht, wo du schon sehen kannst, ah, okay, das könnte mal alles noch in dieses Spiel den Weg finden oder es wurde irgendwann mal gestrichen. Ich habe gestern so eine Vierspieler-Matchmaking-Session gemacht ohne Mikro und wollte mal kurz erwähnen, wie gut die Werkzeuge sind, um sich dann zu halten über die Ingame, wie nennt man das, nicht den Chat, sondern ... Ja, man hat so ein Auswahlrad an verschiedenen Sprüchen, das sich auch teilweise anpasst, je nachdem, was man gerade macht. Genau, das ist es, also je nachdem, ob ich an der Karte stehe oder am Lenkrad oder eine Waffe gezogen habe oder einen anderen Gegenstand habe, habe ich andere Möglichkeiten, Dinge zu sagen. Das hat super gut funktioniert, dass ich dann unten an der Karte war und dann über dieses Command-Spiel Head West, Head North oder sowas gesagt habe und er das dann oben am Steuerrad direkt gemacht hat und wenn er richtig war, habe ich dann Ei gesagt, dann ist er wieder geradeaus gefahren. Das hat grandios funktioniert, auch wenn er irgendwie, wenn er eine Truhe gefunden hat, sagt er hier, ich trage sie oder nimm's mir ab oder so. Also, da haben sie wirklich gut überlegt, was für Commands man brauchen könnte. Es ist dann irgendwann ein bisschen auseinandergefallen, als ich dann auf einer Insel war, um einen Schatz zu bergen und als ich wieder kommen bin, war das Schiff weg. Und da habe ich geguckt und dann waren wir auch meine Crew weg und ich war plötzlich alleine. Also, ich glaube, das Schiff ist vielleicht irgendwie untergegangen und die haben alle rausgegangen oder so. Ich weiß ja nicht ganz, was da passiert ist. Aber da habe ich auch neun Kisten bekommen, das hat sich auch erst mal gelohnt. Ja, es wurde auch jetzt, gab ja einen neuen Patch letzte Woche, wo die Distanz, in der Schiffe spawnen, nachdem sie versenkt wurden, um das Doppelte erhöht wurde. Oh. Damit man, um den Griefing so ein bisschen vorzubeugen und auch, ja, halt generell, damit man nicht so schnell wieder da ist, sozusagen. Das ist auch ganz gut. Auch Leuten bei Forts mehr Zeit zu geben, zum Beispiel. Ja, finde ich auch eine ganz gute Entscheidung. Gut, das zweite Spiel, was ich gestern nur gespielt habe, aber ich konnte nicht anders, denn es ist jetzt neu erschienen auf Steam und auf GOG.com. The Curse of Monkey Island, nachdem das ganz lange Abandonware war, dieses Spiel. Das gab es nirgendwo zu erwerben. Und es war auch schwer zum Laufen zu bringen, eine Zeit lang, irgendwann dann nicht mehr, weil es ja eine Scum-Engine gibt, die das emuliert oder so. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Aber mit der läuft es halt hier jetzt auch auf Steam und kostet auch gerade irgendwie nur sechs Euro oder sieben Euro. Steht dabei, wer es veröffentlicht hat als Publisher? Nee. Also, es steht ja eigentlich im Store immer. Also, ja, es steht bestimmt dabei, aber ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Weil das finde ich interessant, weil man würde es ja machen. LucasArts gibt es ja nicht. Nein, Disney. Aber Disney wird nicht, was interessiert ist denn Disney? Weiß ich nicht. Das verwirrt mich halt so. Aber das ist halt ihres. Gucken wir mal kurz nach, wenn du mal erzählt. Du kannst mal nachgucken, genau. Habe jedenfalls nochmal Curse of Monkey Island angeworfen. Das ist wirklich nur ein, also das ist das Originalspiel. Da wurde jetzt nichts gemacht. Das ist kein Remake oder Remaster oder so. Auch wenn ich es gerne hätte, weil dieses Spiel ist immer noch super. Mal abgesehen davon, dass es toll aussieht. Also, es ist ja dieser Cartoon-Stil gewesen. Nicht mehr dieser Pixel-Look, den die früheren Scum-Adventures hatten. Sondern jetzt halt wirkliche Cartoon-Grafik. Bill Tiller war ja da der Lead-Hintergrund-Zeichner, der später auch so eigene Spiele gemacht hat mit Vampire Story oder Ghost Pirates of Vujo Island. Die ich alle nicht so besonderlich mag, aber hier hat er sehr, sehr tolle Arbeit geleistet. Die Animationen sind alle ausdrucksstark und alles, was man machen müsste, um das auf einen aktuellen Stand zu bringen, ist die Auflösung anpassen. Was natürlich schwierig wird, weil ich habe keine Ahnung, ob die die Originalfiles irgendwo rumliegen haben. Das weiß ich einfach nicht. Abgesehen davon braucht es aber eigentlich kein Update, weil es spielt sich immer noch toll. Also, diese neuen Auflösung hat es jetzt nicht? Nee. Also, in 2.1280 mal 24 oder wie machst du es? Naja, also, ich habe gar nichts eingestellt. Der geht einfach in ein Vollbild. Okay. Und das ist ein gestrecktes Bild von der Ursprungsauflösung. Und die war ja nur 800 mal 600 oder sowas. Also, es ist halt pixelig. Aber das schadet dem Spiel nicht so sehr, weil dieser Cartoon-Stil das halt aushält. So ein bisschen, als würdet ihr irgendwie einen 480p-YouTube-Video im Vollbild abspielen von einem alten Cartoon. So sieht das halt aus. Und das geht schon. Und es ist immer noch ein tolles Spiel. Und es geht leider nur in Englisch. Das ist schade. Die englische Sprachausgabe mag ich zwar auch super gern, aber ich bin natürlich auch mit der Deutschen aufgewachsen und habe es inzwischen, also schon vor einer halben Ewigkeit mal, auch schon mal auf Englisch durchgespielt und mochte das eben auch sehr, weil ich auch die, also Dominic Amato als Guybrush-Three-Boot mag ich halt sehr gern, weil der ja auch in Monkey Island 1 und 2 Special Edition dann Guybrush wieder gesprochen hat oder in Tales from Monkey Island. Und deswegen ist der für mich genauso Guybrush wie der Deutsche, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Norman? Reedus. Nee. Aber irgendwann, aber der hieß Norman, glaube ich. Ist das nicht der gleiche Sprecher wie Krillin gewesen oder so? Das war irgend so ein bekannter deutscher Sprecher auf jeden Fall. Ja, das wollte ich nur einmal erwähnen. Holt euch dieses Spiel, falls ihr es noch nicht habt, weil ich glaube, wenn man da neu drauf stößt, könnte das so eine kleine Offenbarung sein. Hat zwei Rätselmodi, ne, einen leichten und einen schweren. Ich spiele es immer in dem schweren, weil ich finde es voll komisch, wenn dann Rätselstufen fehlen. Aber falls euch das nicht so wichtig ist, könnt ihr es auch auf dem leichten Spiel. Es wurde übrigens tatsächlich von LucasArts und Disney gepublished, laut Steam. Also irgendjemand scheint da einen guten Tag gehabt zu haben. Ja, keine Ahnung, was da ... Dass Disney sich noch im Klaren ist darüber, dass hier eigentlich Monkey Island drin ist. Ja. Wird Zeit für ein 200 Millionen Blockbuster, Monkey Island. Auf der E3 Monkey Island ankündigung? Nee, Filmen. Blockbuster-Filmen. Nein. Aber das ist doch Pirates einfach nur. Ja, so wie Sands of Time halt, nur mit Monkey Island. Oh Gott. Alter, das wäre so perfekt. Hier, da wäre Jake Gyllenhaal sogar ganz passend. Jake Gyllenhaal als Skybrush-Threepwood. Oder Ryan Reynolds wäre eigentlich auch ganz gut. Ryan Reynolds würde ganz gut passen. Ja. Der ist so lustig. Der ist ein lustiger, Tom. Ach, das ist ein Herbe. Chris Pratt. Chris Pratt und Ryan Reynolds als Skybrush-Threepwood. Nee. Gleichzeitig. Nee. Doch, ich finde, abwechselnd. Gleichzeitig vor allem. Wie jeder Szene wechselt ist. Das ist ein lustig, Tom. Geoffrey Rush ist halt schon sehr litschackig. Es ist so schwierig, das so davon zu treten. Adam Sandler. Adam Sandler als Skybrush-Threepwood. Okay, lass uns weitermachen. Ich wollte nur mal kurz Cursor Monkey Island erwähnen, weil es ein tolles Spiel ist. Wir kommen zu den Filmen und Serien, die wir geschaut haben in der letzten Woche. Und fangen mal an mit, jetzt musst du mir sagen, wie der Titel dann im Original hieß. Bei uns heißt er einfach nur Fast and Furious 8. The Fate of the Furious. Of the Furious. Kannst du das vergessen? Genau. Fate F8. The Fate of the Furious. Alleine für diesen Titel hat dieser Film Freise verdient. Den wollten wir ja schon eine ganze Weile zusammen gucken. Haben das jetzt am Wochenende gemacht, zusammen mit Dani noch. Und hatten da sehr viel Spaß bei. Ja, mehr als ich gedacht hätte, hätte ich gesagt. Weil der Film nicht so eine ganz richtig positive Resonanz bekam im Vergleich zu seinen direkten Vorgängern. Der kam ein bisschen schlechter weg. Aber ich hatte da auch sehr, sehr viel Freude mit. Ich kann schon verstehen, woher die Kritik kommt. Hier wird sehr viel gesessen und an Computern getippt und gehackt. Und das ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich von dem Fast and Furious sehen will. Es ist halt, eigentlich ist es ja seit dem fünften Teil schon endgültig weg von irgendwelchen Rennen allgemein. Sondern es ist halt einfach nur so ein James Bond-Ding. Also Sie sagen es ja auch so. Sie retten jetzt die Welt. Sie retten die Welt, ganz genau. Vor einem Weltkrieg tatsächlich. Und das machen sie ja. Das ist aber jetzt nochmal der Schritt gewesen. Also 5 und 6 und 7 waren auch schon immer viel mehr. Aber da waren sie noch nicht dabei angekommen, dass sie die Welt retten müssen vor einem nuklearen Winter. So, das ist schon nochmal ein neuer Schritt gewesen. Und das finde ich aber eigentlich ganz gut. Also ich mag das schon, wenn es weniger mit wir hacken uns jetzt gegenseitig wäre. Ja, ich habe ja auch am Ende gesagt, wenn man den Film einfach 15 Minuten kürzen würde und eben ganz viel von dem Zeug rausnehmen würde, dann hätte es auch ein besseres Pacing. Aber an und für sich sind die Action-Szenen halt immer noch super unterhaltsam und auch die Dialoge sehr unterhaltsam, weil du halt merkst, wie hier 20 Augenzwinkern mit drin sind an jeder Ecke. Also, dass du das Gefühl hast, dass sie genau wissen, was für ein Blödsinn sie machen und dann die Dialoge auch entsprechend schreiben. Und Jason Statham oder The Rock und so, das macht auch Spaß, den beiden zuzusehen, wie die sich nicht leiden können in dieser Geschichte. Und The Rock ist sowieso ein Sympath. Also da hatten wir sehr viel Freude dran. Und auch am Vorhersehen der Story-Points. Das ist nämlich krass, das ist extrem vorhersehbar, aber nicht in dem Sinn, dass es langweilig ist, sondern in dem Sinn, dass man immer das Dümmste vorhersieht und dann ist es das. Also man macht sich so, man sagt so Witze, oh guck mal, das ist bestimmt der oder die und dann ist der oder die tatsächlich genau das, was diese dümmste Idee war. Und das ist tatsächlich sehr, sehr hervorragend. Also mehrere Male, also ich glaube eines, wenn ich einfach von der Couch aufgestanden bin und durch ein Zimmer laufen musste, weil ich nicht fassen konnte, dass der Film gerade wirklich das gemacht hat, weil das so dumm ist, aber auch so gut. Und ja, also Helen Mirren kommt auch in diesem Film vor, was so, what the fuck, Helen Mirren, Charlize Theron in einem motherfucking Fasten Film ist. Charlize Theron, ja. Also das ist so der schwächste Charakter, finde ich, Charlize Therons Bösewicht. Der ist so komplett bla, wie ich finde. Da hätte man mit Charlize Theron auf jeden Fall ein bisschen mehr machen können. Auch die Geschichte ist dann halt schon, wie gesagt, sehr, sehr absehbar. Aber es hätte für mich noch ein, zwei mehr Hand-to-Hand-Combat-Sektionen geben können, weil die in der Vergangenheit immer sehr gut inszeniert waren. Und die, die hier drin sind, sind auch sehr gut inszeniert. Also es gibt am Anfang einen Gefängnisausbruch. Und der ist, also da kommt eine geile Szene nach der anderen, wo einfach so völlig dumme Dinge tun, die kein Mensch jemals könnte. Aber es ist so, so hervorragend und gut. Da hätte man noch ein bisschen mehr von gebrauchen können. Aber ja, toll. Also wir hatten unglaublich viel Freude mit diesem Film. Genau. Es ist halt, ne, also Anspruch erwartet man da ja nicht. Aber dass der Film halt sehr weiß, was er ist, das gefällt mir sehr gut. War ja schon bei den letzten Filmen teilweise so. Es gibt ja in einem der letzten diese Szene, wo The Rock seinen Gips sprengt durch seine Muskelkraft. Das ist halt einfach lustig. Ich freue mich so darauf. Also es ist ein bisschen schade, dass der Trailer eine der coolsten Szenen vorweg genommen hat. Der hat viel verraten, ja. Also den neunten will ich auf jeden Fall wieder im Kino sehen. Ich glaube, dann gucke ich mir dann einfach nicht den Trailer an. Ich auch. Hast du den Artikel gesehen, den ich hier verlinkt habe? Ja, ja, ja. War das krass, weil es tatsächlich, also das ist mir im Film überhaupt gar nicht aufgefallen, aber es gibt keine Szene, in der gleichzeitig The Rock und Vin Diesel am Set waren und gemeinsam eine Szene aufgenommen haben, sondern es wurde dann immer mit Shot gegen Shot gemacht. So wie bei Michael Madsen und Ben Kingsley in Blood Rain. Und das fand ich dann, also das ist halt krass, dass die mögen sich halt so überhaupt gar nicht. Und dieses Interview ist halt auch so gut, weil Dwayne Johnson da so recht ehrlich ist. Und er meint dann irgendwie am Ende so, es gibt zwischen uns keine Probleme, alles ist gut. Und dann danach sagt er, nee, warte mal, nimm dir das mal wieder zurück, schreib dir mal nicht da rein. Und das finde ich halt, das ist halt echt schon interessant, also die scheinen sich wirklich überhaupt gar nicht zu mögen. Und zwar so sehr nicht, dass Dwayne Johnson sogar in dem Interview sagt, dass ihm, also dass er nicht sicher ist, ob er im 9. Fast and Furious mit dabei sein wird. Weil es gibt ja eine separate Spin-Off-Reihe mit Jason Statham zusammen, wo er und Jason Statham die Hauptrolle übernehmen. Und das wird natürlich auch ein Weg, dass The Rock und Jason Statham weiter diesen Weg gehen. Da sind die super special Agents, die die Welt retten. Und dann geht Fast and Furious wieder ein bisschen zurück zu, okay, wir fahren mal ein bisschen Auto. Das fände ich auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt, aber das könnte auch im Weg sein. Was meinst du, wie lange behält die Reihe die Zahl noch bei? Naja, haben sie jetzt schon nicht mehr. Fade hat keine 8 bei. Ja, aber da ist ja die 8 schon noch drin. Ja, aber wenn sie das so machen, was kann man denn so bei 9 machen? Ach, war Fade wirklich, also es war die 8 gar nicht drin. Nee, 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 das sollte nur dieses Fade sein. Also nur wenn du ein bisschen aufpasst, fällt dir auf, dass Fade einfach F oder 8 ist. Und das finde ich halt so geil. Okay. Ja, und im Deutschen heißen sie halt einfach. Also beim nächsten Mal irgendwas mit 9. In Deutschland gibt es halt einmal Fast and Furious neues Modell Originalteile. Und Tokio Drift gibt es auch. Aber davon heißen die einfach dann 5, 6, 7, 8. Aber Fast 6 hieß doch nur Fast 6. Nee, die heißen alle Fast and Furious 5, 6, 7, 8 im Deutschen. Nee, nee, im amerikanischen. Genau, die heißen ... Da hatten sie die Zahlen doch noch sehr lange. Fast 5, Furious 6, Fast 7. Ja, stimmt, das ist so dumm. Ich glaube, so war's. Naja, Fast 5 und Furious 6 war wieder geil. Dass sie dann bei 7 das dann auch einfach Fast 7 wieder genannt haben. Das ist dann ein bisschen komisch. Also ich liebe den amerikanischen ... Also ich liebe, wie es die Originale einfach ... Die so, äh, keine Ahnung, lass mal ... Fade of the Fury, oh, cool. Oh, ich bin sehr gespannt, wie der 9 heißen könnte. Fna, 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 Fnein. Fnein, ja. Fnein. Das wär aber irgendwie ... Irgendwie wär das auch bloß nicht. Gut, äh, das, äh, das dazu. Du hast zwei Serien geschaut, beziehungsweise angefangen eine zu schauen, nämlich Legion Staffel 2. Ja. Äh, da gibt's ja auch noch nicht alles von, ne? Da gibt's nur die erste Folge. Nur die erste, okay. Aber ich wollte es zumindest mal erwähnt haben. Da hab ich mir jetzt Sky-Ticket mal wieder für geholt, da läuft das nämlich. Und muss noch mal sagen, ich mag Sky-Ticket grundsätzlich sehr gern, weil es halt wirklich neue Filme da auch gibt und die Serien auch. Also da gibt's zwar viele Sachen, die es bei Netflix und Amazon nicht gibt. Das Ding ist halt, also, dass es ernsthaft immer noch so ist, dass sie nur in Maximum 720p streamen. Oh. Ist absolutes Desaster. Ja, das stimmt. Weil gerade auf einem 4K-Fernseher siehst du 27p wirklich krass. Und dann guckst du dir sowas an wie Legion, was eine unglaublich bildgewaltige Serie ist. Ne, vom Schreiber und Regisseur der Fargo-Serie, muss man noch mal dazu erwähnen. Äh, und es sieht wirklich unglaublich gut aus. Eine unglaublich visuelle Serie. Erinnert das so ein bisschen an American Gods, äh, von einem Visuellen her. Äh, und dann hat es halt in 27p oder so verpixelt und das ist halt echt, echt bitter. Äh, da muss man denen wirklich sagen, shame on you. Äh, aber diese Serie ist, also diese erste Folge der Silent Shuffle ist genau das, was ich mir von Legion erhofft habe, was ich mir, was ich auch am meisten an Legion mochte. Die erste Staffel mochte ich ja insgesamt auch sehr, hab ich auch drüber gesprochen hier. Ja. Äh, was ich an ganz einigen Stellen, was ich da nicht so sehr mochte war, wenn es zu der Superhelden-Serie wurde. Wenn es dann klar wurde, ah, okay, das ist eine X-Men-Serie. Es geht gar nicht an X-Men, sondern generell Superhelden. Es ist hier, hier hast du deine CGI-Kämpfe und hier hast du irgendwie jetzt die Trainingsmontage, wo die Gruppe von Mutanten irgendwie aufgebaut wird. Das macht sich alles nicht, äh, aber es war auch nicht großer Teil der ersten Staffel, sondern es war halt hauptsächlich diese Erforschung des Haupt-, äh, des Hirns des Hauptcharakters. Ähm, und die erste Folge der Silent Shuffle ging komplett in diese Richtung. Also, du wusstest die ersten 20 Minuten oder sagen wir mal 10 bis 15 Minuten überhaupt gar nicht, was abgeht, weil du nicht weißt, wann die Serie spielt, wo die Serie spielt. Alles ist komplett anders als in der ersten Staffel und du verstehst nicht, wieso. Äh, und du willst dann schon auf Wikipedia gehen, weil du das Gefühl hast, was verpasst zu haben, aber machst das dann nicht, hoffentlich, äh, und dann erklärt die Serie sich auch nach und nach. Und dann findet sie halt, wie gesagt, sehr, sehr viel wieder auf metaphorischen Ebenen statt oder in dem Kopf von, in dem Kopf von Leuten oder in Flashbacks und du weißt oft nicht so richtig, was grad abgeht und das ist alles so hervorragend. Äh, es ist so ein bisschen ein, äh, äh, ein weniger, äh, es ist ein, es ist ein Twin Peaks mit nem deutlich verständlicheren Plot. Weil bei Twin Peaks ist es ja wirklich so, dass du ab und zu einfach gar nicht weißt, was gerade, also was gerade, warum, wie passiert, sondern es sind einfach Bilder, die du siehst, in der dritten Staffel speziell. Äh, hier weißt du immer ganz genau, was grad die Ziele sind und warum wir das machen und es spricht das auch sehr deutlich aus. Das ist immer schon mal was, was, äh, Noah Hayley heißt da, oder Hawley heißt da, glaube ich, der auch, der Wacher von Fargo, was auch bei Fargo immer ist. Also die Themen dieser Serie, die werden immer sehr genau von den Charakteren ausgesprochen und das ist auch hier der, der, äh, Fall bei, bei Legion. Also es gibt original, ähm, gibt's so von irgendeinem, oder von einem der Charaktere ist so ein Erzähler und der erzählt dir, wie Madness funktioniert. Und es gibt so eine riesige, metaphorische Sequenz, wo sie dir anhand von einem, von, von zwei unterschiedlich aussehenden Küken erklären, wie Ideen ersetzt werden durch, äh, psychotische Wahnvorstellungen und so. Also es erklärt dir sehr, sehr haargenau, worum es in dieser Folge geht und wo diese Staffel hingehen soll, aber macht das eben auf visuellen so interessante Arten und verwirrende Arten, dass ich es sehr, 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 sehr mag. Also guckt euch unbedingt Legion an, falls ihr irgendein Interesse an, äh, sehr guten Serien habt. Die erste, gibt's die dann auch einfach bei Sky Ticket, oder? Äh, die gibt's aus Sky Ticket und auf Blu-ray. Die hab ich mir ja auch mittlerweile schon auf Blu-ray gekauft. Ist auch gar nicht so, ich glaub, ihr habt da irgendwie 30 Euro für bezahlt oder 20 und ein paar zerquetschte für die gesamte erste Staffel. Das war ein guter, guter Preis. Ja. Ich wünschte, Animes wären so günstig. Ja. Äh, Atlanta, hast du auch noch gesehen? Aha, genau, das ist, ich muss kurz einen Schluck, äh, Wasser nehmen. Das kenn ich wirklich gar nicht. Also, äh, auch jetzt, also du hast mir nur gesagt, worüber du reden willst im Podcast. Du kennst Donald Glover. Keine Ahnung, wo es Atlanta ist. Ich kenn Donald Glover. Äh, Atlanta ist Donald Glover Serie. Er ist der Regisseur, er ist, äh, Autor und Hauptfigur. Das ist komplett sein Ding. Äh, und, äh, ich wusste auch nichts über Atlanta, ähm, außer, dass sie extrem beliebt ist. Also, ich hab da jetzt in den letzten zwei Staffeln und die hat Emmys gewonnen und ich hab einfach gehört, dass Leute die sehr, sehr, sehr gerne mögen. Den, glaub ich, kenn ich die doch, nur kannte den Namen irgendwie nicht. Ah. Also, da hab ich den Namen nicht zugewiesen. Okay, also, hast du die mal gesehen oder woher hast du? Naja, also, halt Bilder davon gesehen und, äh, mitgekriegt, dass das so beliebt ist, aber hättest du, also, nur Atlanta hätten wir jetzt überhaupt nichts gesagt. Also, die Serie ist so was ganz anderes, als ich dachte, was ist so. Ich dachte nämlich, es ist eine relativ ernste, äh, Serie über, äh, über, äh, ja, den von Donald Glover gespielten Hauptcharakter, äh, der dann irgendwie so den Alltag einer, einer schwarzen Nachbarschaft in Amerika zeigen möchte. So, das, so, sowas hab ich mir irgendwie gedacht, dass es dann so ein bisschen ein Downer ist und hier, so, jetzt habt ihr mal das echte Leben hier und nicht euer ganz weiß gespielten Kram, äh, das ist aber gar nicht. Also, das ist, das ist in, in ganz kleinem Rahmen schon, äh, es ist, es ist, es wird als Comedy bezeichnet, es, 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 es trägt als Genre Comedy. Das ist aber nicht so richtig passend. Also, es gab schon wirklich Sekunden, Szenen, wo ich echt laut und doll lachen musste, was vor allen Dingen am großartigen Schauspiel von Donald Glover, äh, liegt, weil er so der Straight Man ist. Er ist in, oft, wird oft in Situationen reingeworfen, wo er nichts mit anfangen kann und er reagiert halt so, wie wir es tun würden. Äh, und da gibt's etwa in, eine Szene, wo er, äh, im Gefängnis sitzt, aber nicht, also nicht im Gefängnis wirklich, sondern in so einem Warteraum. Er wartet quasi in so einem großen Warteraum einer Polizeistation darauf, dass, äh, er ihm die, ähm, was nennt man, Bail auf Deutsch? Äh, Kaution. Kaution, genau, dass Kaution bezahlt wird und er raus kann. Dann muss er, da muss er halt warten und darf da auch nicht schlafen, sondern muss wach bleiben. Ja. Ähm, und wie dann dieser Typ dann da drin sitzt und halt, da gibt's so eine Szene, wo er sitzt in einer, er sitzt auf einem Stuhl, links sitzt einer, rechts sitzt einer. Und rechts ist offensichtlich, äh, eine transsexuelle Frau. Äh, rechts sitzt rechts von ihm und links von ihm sitzt ein Kerl. Und die Leute waren offensichtlich mal zusammen. Und reden halt miteinander, während er so dazwischen sitzt. Und auch wirklich so, also recht intim reden sie miteinander. Und, äh, er guckt halt immer so ein bisschen so durch die Gegend und meint halt irgendwie, ey, ich kann mich auch gerne umsetzen, wenn ihr möchtet. So, und der Typ meint so, was, du musst dich umsetzen, alles gut. Warum bist du so komisch? Warum bist du so komisch zu sein? Und reden dann weiter und er guckt weiter so durch die Gegend. Und irgendwann meint der Typ so, wird so ein bisschen aggressiv. Und so, Alter, warum, warum bist du so weird? Wir, 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 wir reden einfach nur. Sei nicht so komisch. Ich will nicht komisch sein, ich kann doch gern weggehen. Ihr redet hier über eure Sexleben. Ich, ist einfach, sei nicht so weird. Okay, okay, okay. Und irgendwann ruft dann von hinten irgendeiner so rein, ey, du weißt, dass das ein Typ ist und keine Frau. So nach dem Motto. Und dann fangen sie plötzlich darüber, ihn irgendwie als Faggot zu bezeichnen und so. Und fangen alle an zu lachen. Und er und Donald Glover sind einfach nur daneben und guckst so durch die Gegend. Und der Typ rastert halt dann natürlich aus und lässt dann aber halt an Donald Glover aus, weil der sich so komisch verhält immer noch. Und das ist so eine absurde Situation, von der diese Serie voll ist. Von Situationen, die du nicht wirklich absehen kannst, die völlig eskalieren, aber auch nie so enden, wie du glaubst. Also es gibt ganz, ganz selten so eine krasse Punchline. Also du erwartest eigentlich am Ende dieser Szenen ganz oft, dass es dann irgendwie diese Explosion gibt oder es sonst irgendwie eine Punchline gibt, aber die gibt's ganz oft gar nicht. Und das ist irgendwie an sich dann wieder lustiger. Also es ist eine sehr einzigartige Serie, aber was ein sehr guter, so ein Mikrokosmos beschreibt, was diese Serie ist, was diese Szene, die auch irgendwie ein bisschen gruselig ist, aber irgendwie auch sehr lustig ist. Aber dann in der gleichen Folge, wo er auch in diesem Gefängnisraum sitzt, hast du so eine Szene, wo ein offensichtlich geistig verwirrter oder kranker Mann durch die Gegend läuft in so einem Krankenhauskittel und mit sich selber spricht und er redet, läuft irgendwie rum und die Wärter grinsen so ein bisschen und sagen so, ja, der ist jede Woche mindestens dreimal hier. Und Klondor war so, äh, sollte der nicht vielleicht irgendwie im Krankenhaus sein? Und dann, scheiße, halt die Fresse, Typ. So, die sind schon genervt von dem. Und dann läuft halt dieser geistig, sag mal, sag mal, geistig krank, sag mal, geistig gestört. Was ist das für ein nünftige Wort? Das weiß ich gar nicht. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Interessiert mich wirklich. Ich weiß da einfach nicht, was die korrekte Bezeichnung dafür ist. Behindert halt. Naja, aber ... Kannst du ja geistig behindert sagen. Ist doch jetzt kein ... Kann man auch sagen. Solange du behindert nicht als Beleidigung benutzt. Nee, meine ich auch nicht. Aber ich ... Wer hatte jemand? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber ich hatte mal während meines Hellblade-Videos als Kommentar bekommen, dass Krankheit nicht das richtige Wort war, sondern ich glaube, es war Störung ist das richtige Wort. Ja, oder geistig gestört dann. Ja, genau. Aber da bin ich bei dem Sicherheit sicher. Deswegen frage ich einfach mal nach. Ich weiß jetzt nicht, was der hat in dem Film, deswegen ... Ja, aber es gibt da halt Bezeichnungen, von denen ich dachte, sie wären einfach normal und richtig, die tatsächlich, wenn man da ein bisschen drin ist, nicht gern gesehen sind. Genau deswegen frage ich nach, um da einfach mal in Ignoranz ein bisschen entgegenzukommen oder sie ein bisschen besiegen zu können. Dieser Typ läuft halt dort rum und hat halt Wasser im Mund und steht dann irgendwie da so rum und einer der Werner sagt so, hey, was ist los? Ganz freundlich. So, hey, na, wie geht's? Und er spuckt ihm halt das Wasser ins Gesicht, dem Polizeiwärter. Ja. Und er packt halt sofort seinen Schlagstock aus und haut ihm den über den Schädel und die stürzen sich dann mit vier Leuten auf ihn und der Typ schreit einfach aus Leibeskräften, so laut er kann. Und dann sucht's halt nur so auf Donald Glover, der dann so daneben sitzt und so in die Gegend guckt und dann ist auch die Szene vorbei. Also es hat halt diese beiden Aspekte, wo es einerseits sehr, sehr irgendwie sich realistisch anfühlen, aber trotzdem so absurde Szenarien, dass sie lustig sind, präsentiert. Auf der anderen Seite auch sehr verstörende Szenarien präsentiert. Aber es wird nie preachy. Es wird überhaupt wirklich niemals preachy. Ganz im Gegenteil. Es geht sogar oft in andere Richtungen, als ich glauben würde. Es gibt eine ganze Folge. Also es ist auch sehr weird, diese Serie. Also Donald Glover ist ja auch ein Künstler, so ein weirder Typ. Und es gibt eine gesamte Folge in dieser ersten Staffel, die, äh, es ist so, als ob du das Black American Network heißt, glaube ich, Ban, äh, als ob du diesen fiktiven Kanal gucken würdest. Also diese gesamte Folge ist nur dieser, in diesem Universum existierende fiktiver Kanal samt Werbespots und allem drum und dran. Also du guckst da einfach nur in den Fernsehkanal, äh, und es gibt, also da taucht nur einer der Hauptcharaktere auf, äh, der halt in der, der ist halt der Rapper, um den es so ein bisschen geht, Paperboy, der wird halt so ein bisschen bekannter Rapper und Donald Glover will ihn dann managen, weil er halt battlearm ist, Donald Glover. Ähm, und dieser, dieser, dieser Rapper, Paperboy, hat halt irgendeinen Witz über Caitlyn Jenner gemacht in einem seiner, seiner Songs, äh, die Transgender-Frau, ähm, und wurde dann dazu eingeladen, halt irgendwie darüber zu reden, wieso er das gemacht hat und dann war auch eine, ich glaub, sie wird halt als Feministin bezeichnet, also irgendeine, eine, eine studierte Frau, die ihm dann gegenüber saß und der Moderator und er sollte sich dann immer dafür rechtfertigen, was er gegen Transgender-Frauen hat. Äh, und ich dachte halt, das wird halt so ein, okay, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen preachy, wo halt gesagt wird, warum das nicht geht und warum man diese Sache nicht so sagen sollte, dass er das dann irgendwann erkennt. Aber das, das ist es nicht, sondern es endet irgendwie so ein bisschen, es endet nicht, sondern es passiert relativ früh in der Folge damit, dass er so einen, dieser Rapper so einen Rant hält, von wegen, dass ihm das einfach egal ist, dass er selbst, weißt du, er selbst hat nur Probleme und bekommt nur auf den Sack und jetzt soll er aber vor allen Dingen darauf achten, dass er die, dass er diesen Leuten, für die er sich einfach nicht interessiert, die Privilegien erteilt, die er selbst nie erfahren hat, so nach dem Motto. Also es geht ihm nicht darum, dass er die beleidigen kann oder so, sondern es geht einfach darum, dass ihm die egal sein darf und er nicht wahnsinnig riesigen Respekt aus Prinzip vorher hat, sondern es ist ihm einfach egal. Und das fand ich eine sehr interessante, so sehr, sehr schöne neue Perspektive, die ich so noch nicht hatte und vor allen Dingen, weil es halt sehr gut geschriebene Dialoge sind, die das natürlich nochmal sehr viel komplexer darlegen, als ich das jetzt in meiner kurzen Zusammenfassung machen kann. Also eine sehr überraschende Serie, sehr lustige Serie, sehr gut gedrehte Serie mit toller Musik, sehr gut geschriebene Serie vor allen Dingen, wo ich noch die letzte Folge jetzt gucken muss, zwei Staffeln gibt es beide bei Sky, kann ich sehr empfehlen. Bei Sky, genau, das wollte ich jetzt noch fragen, wo es die gibt. Okay, klingt ein bisschen verwirrend von deinen Ausführungen her, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß jetzt nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Ja, es ist halt eine Serie von Gegensätzen, die sowohl sehr lustig ist, als auch sehr ernst, aber ein ganz, ganz großartiges, kompaktes, trotzdem erzeugt. Also es ist mehr eine Anthologie sehr, es erzählt keine wirkliche Geschichte. Du hast halt so eine übergreifende Geschichte, so ein bisschen von diesem Rapper und von Dolan Clover, der ein bisschen Geld sucht, Geld bekommen will und so. Aber du hast teilweise auch fünf, sechs oder drei, vier Folgen nacheinander, die sehr eigenständig sind, wo einmal nur in einem Club ist und du siehst einfach nur, was in diesem Club passiert oder mal hast du halt einfach dieses American-Network-Ding, wo einfach nur dieses Interview und mit den Werbespots dazwischen das Ding ist. Ja. Und ich mag diesen absurden Faktor total gern. Also in irgendeiner Folge haben sie so ein Benefits-Basketballturnier mit anderen Stars und da kommt halt Justin Bieber, weil Justin Bieber ist ja einfach ein schwarzer Teen, der auch, der so ein bisschen Justin Bieber-like ist, aber auch nicht wirklich. Und der heißt ja einfach Justin Bieber. Und das ist halt super lustig, wenn du da reinkommst, ah guck mal, das ist Justin Bieber. So, hä? Also diese Serie ist, es ist total Donald Glover, das merkt man voll und da habe ich sehr viel Freude dran. Gut, dann lassen wir das jetzt mit den Serien und Filmen hinter uns und dieser Empfehlung beziehungsweise diesen Empfehlungen, weil über das, was wir geredet haben, das hat uns ja scheinbar alles gefallen und kommen jetzt zum besten Feature aller Zeiten. Ja. Möglicherweise. Warum fragst du? Vielleicht. Was soll dieses Fragezeichen dahinter? Komm jetzt. Mach die Leute nicht wütend. Robins famoses Formel 1 fest. Oh, das Halo sieht voll scheiße aus. Hallo, herzlich willkommen bei dem, was Tonga sagt. Ich muss nicht wiederholen, weil es zu lang war. Robins Formel 1 fest. Oh, krass. Es fand ein Rennen in Bahrain statt. Bahrain ist ein Land und da fand das statt. Ich wollte gerade einen Fakt dazu nennen, aber ich kenne original, ich weiß nichts über Bahrain. Absolut gar nichts und ich würde wahrscheinlich irgendwas Falsches sagen, was eher zu Saudi-Arabien passen würde. Das wäre ein bisschen rassistisch, deswegen lasse ich es dabei. Es fand in Bahrain statt. Es ist aber ein tolles Rennen grundsätzlich schon, weil Bahrain eine sehr überholfreundliche Strecke ist. Wer sich erinnert an vor zwei Wochen, Melbourne, Australien, das ist das komplette Gegenteil. Das ist eine sehr coole Strecke, wo man aber nicht überholen kann. Hier kann man sehr gut überholen. Und es hatte so alles, also alle Zutaten für ein spannendes Rennen waren da. Hamilton musste auf dem neunten Platz starten, weil er eine fünf Platzstrafe auch bekommen hat, weil er, ich glaube, das Getriebe wechseln musste. Vettel und Raiköhn zusammen, erster und zweiter Platz, die beiden Ferraris. Dahinter Bottas, der dann die Chance hatte, aufzuholen. Es hatte also viel, viel Potenzial. Und dann waren auch viele Fahrer, die normalerweise weiter hinten sind. So war die Torossos zum Beispiel, die waren recht weit vorne. Tororosso, das sind beides totale Rookies, die da fahren. Gasly und Hardly heißen sie. Und einer von denen ist tatsächlich vierter geworden am Ende. Was extrem, extrem beeindruckend und cool war. Alonso wurde, glaube ich, sechster oder siebter. Der mit dem McLaren, was immer so ein bisschen problematisch war in der Vergangenheit. Und sogar ein Sauber, das ist so klassisch das langsamste Auto, wurde, glaube ich, Achter. Also ganz viele seltsame Autos, die normalerweise nicht so weit vorne sind, ohne dass es jetzt großen Regen gab oder so. Das sieht man sehr selten und hat mich sehr gefreut. Das war ein mega spannendes Rennen. Ein mega tolles Rennen, wo du am Anfang unmöglich abschätzen konntest, wie es endete. Es begann direkt damit, dass Verstappen, der am 15. Platz starten musste, ja auch normalerweise weiter vorne ist, sehr übermütig, sehr oft, habe ich schon oft drüber erzählt. In der zweiten Runde war es, glaube ich, den Hamilton überholen wollte und dann halt Hamilton gerammt hat dabei, das halt so manchmal passiert. Hamilton hat aber Glück, Hamilton hat aber nichts passiert, Verstappen hat aber sein Auto kaputt gemacht. Und in der Runde, also Verstappen hatte sein Reifen platt gemacht, um genau zu sagen, ist dann nochmal in die Box gekommen, hat sein Reifen gewechselt, aber dadurch hatte er schon vorher seinen Unterboden so kaputt gemacht, dass er dann auch sein Fahrzeug drei Runden später abstellen musste. Und während er sein Fahrzeug dann zur Box schleppte, um den Reifen zu wechseln, ist sein Teamkollege Ricciardo ausgerollt mit einem Motorschaden. Und diese Szene, wie dieser eine Red Bull mit Motorschaden am Rand der Strecke steht, alle Autos rasen dran vorbei und so 30 Sekunden später humpelt der andere Red Bull mit einem fehlenden Rad daran vorbei, nach drei Runden oder so. Das war sehr, sehr traurig. Das war sehr, sehr bitter für Red Bull, gerade weil der Torosso, das Junior-Team von denen dann auf dem vierten Platz am Ende auskam. Das ist ein bisschen, ein bisschen peinlich gewesen. Das Rennen war insgesamt sehr, sehr peinlich, sehr, sehr spannend. Ich wollte gerade sagen, es war sehr, sehr spannend. Ich will da jetzt aber nicht alles durchgehen, weil es eben mittlerweile die Highlight-Videos gibt, die man sich einfach auf dem YouTube-Kanal angucken kann, die es auch schon wieder gibt für das Rennen. Was aber richtig großartig war, war das Finale, weil Hamilton sich zwischendurch einmal mit einem großartigen überholte, wo er drei Autos gleichzeitig überholte. Also es gab einen Kampf vorne zwischen drei Autos, die alle so ein bisschen nebeneinander waren. Und dann kam einfach von hinten Hamilton angerast, hat die einfach alle gleichzeitig überholt. Das war so hervorragend. Hat sich dann irgendwann auf den dritten Platz vorgekämpft und blieb dann auch dort. Aber richtig spannend wurde es dann zwischen Vettel und Bottas, dem Ferrari und dem Mercedes auf dem ersten und zweiten Platz, weil sie unterschiedliche Strategien hatten. Allgemein war das sehr spannend von den Strategien her, weil Bottas nämlich zweimal in der Box war und Vettel nur einmal. War es so rum? Ich glaube, es war so rum. Oder waren sie beide einmal? Warte mal, ich glaube, ich vertue mich gerade. Ich glaube, sie waren vielleicht sogar beide nur einmal in der Box, aber Bottas später. Ich bin mir gerade nicht mehr so richtig ganz sicher. Wie gesagt, gucke ich euch die Highlights an, es tut mir leid. Jedenfalls lief es am Ende so, dass Bottas halt später in der Box war mit anderen Reifen vor allen Dingen als Vettel, sodass Vettel in den letzten zehn Runden mit Reifen gefahren ist, die eigentlich unbedingt hätten ausgewechselt werden müssen. Die Reifen, die Vettel hatte, da hat Pirelli vorher gesagt, die Reifeninsteller, die sind für Maximum 30 Runden geeignet. Er ist dann mit 39 Runden gefahren. Und deswegen, die letzten zehn Runden ist er dann quasi damit so irgendwie über die Strecke noch gehumpelt. Sein Vorsprung wurde immer klein, er hatte irgendwie acht Sekunden Vorsprung und dann in den letzten drei Runden hat er dann keinen Vorsprung mehr. Bottas hat ihn aufgeholt mit seinen besseren Reifen zu dem Zeitpunkt, aber hat tatsächlich dann nicht geschafft, ihn zu überholen, weil Vettel dann noch genug Reserven quasi auf den Reifen, also ist mit Absicht ein bisschen langsamer gefahren, als er da fahren musste, damit dann, wenn Bottas ihn aufholt, er noch genug Reserven hat, um sich gegen ihn zu verteidigen. Es war wahnsinnig clever gefahren, sodass Vettel dann am Ende tatsächlich gewonnen hat. Aber diese letzten zwei Runden, wo er dann tatsächlich, also wo er dann Bottas ihn aufgeholt hat und dann auch ein, zwei Angriffe versucht hat, das war spektakulär und hervorragend. Räikkönen wäre ja wahrscheinlich auch noch Teil davon gewesen, eine andere Ferrari, bei dem gab es aber einen kleinen Unfall in der Boxengasse, wo erneut, wie bei den Haas im letzten Rennen, da gab es ja auch diese Probleme mit dem Reifen, bei beiden Autos, beim Reifen wechseln. Und hier das Gleiche, nur dass Räikkönen schon losfuhr, als quasi hinten sie noch am Reifen gearbeitet haben, sodass er ist, glaube ich, über das Bein eines Mechanikers gefahren. Aua. Das dann auch irgendwie an Schienenbeinbruch und Wadenbruch, Wadenbeinbruch war es, glaube ich, dann im Endeffekt. Also ging dann noch relativ glimpflich aus. Was passiert denn sowas? Nichts Schlimmeres. Ja, es ist halt alles elektronisch mittlerweile. Denn die Elektronik sagt dann irgendwann, okay, du kannst losfahren, obwohl hinten noch jemand dran ist und dann fährt er los und fährt jemand über das Bein. Das ist nicht so gute Elektronik. Genau, und dann musste er natürlich auch direkt anhalten, weil sein Reifen nicht dran war und ist dann auch ausgeschieden und ein Typ lag dort mit gebrochenem Bein. War nicht so schön, deswegen war Räikkönen leider nicht dabei. Gucke ich dir halt jetzt an, das war wirklich eines der spannendsten, besten Rennen seit den letzten Jahren. Also es war wirklich hervorragend, hatte richtig Bock drauf. Okay. Ja. Wann geht's weiter? Nächste Woche schon. Nächste Woche? Also dieses Wochenende. Ja. Okay, dann hört er nächste Woche die nächste Folge von Robins famosen Formel 1 fest. Ich hätte auch noch ausführlich jetzt tatsächlich geredet. Ich habe, also kurz Aftnews, Hashtag Aftnews. Ach Gott. Ich habe gerade eine sehr, sehr große Aftnews. Aber dafür wurde uns noch was geschickt vor. Ich kann das dir noch kurz zeigen, Tom. Das musst du benutzen. Willst du mal kurz gucken, dass du das bestätigen? Nee. Nee. Ich kann das tatsächlich bei mir zu Hause liegen, fällt mir gerade ein, diese Medizin. Ja, da liegt es jetzt gut. Vielleicht soll ich es mal, naja, ich glaube halt nicht daran. Ich glaube halt nicht daran, dass das funktioniert. Ich glaube halt nicht. Weil kein Arzt, also alle Arzt sagen mir immer, ist egal, lass einfach, bringt alles nichts. Ja, weil Verletzungen im Mund heilen halt schnell. Ja. Generell. Ja. Gut. Das als kurzes Update über. Deswegen wollte ich jetzt nicht so viel reden, war der Grund, warum ich das sage. Verletzungen. Weil das tut ganz schön weh die ganze Zeit. Und ich habe alles voller Blut bei mir. Das kann ich bezeugen. Ja, ja. Ich spucke Blut. Es tropft gerade, alles ist auch unangenehm. Ja. Bevor wir jetzt den Podcast beenden, sei noch patreon.com slash hooked erwähnt, wenn ihr dann nämlich 5 Euro pro Monat beisteuert, erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Mein Gott. Was war das denn? Irgendwie ist dieser Satz gerade sehr stockend rausgekommen. Verflut. Das kann ich wirklich ein bisschen zu schockieren. Ab 10 Euro werden eure Fragen garantiert im nächsten Feedback-Podcast genommen. Ab 25 Euro werdet ihr zu einem Podcast-Produzenten, denn dort bedanken wir uns jetzt bei den folgenden Podcast-Produzenten, die teilweise wieder sehr schöne Namen haben. Auf einer einsamen Ponyfarm reitet der legendäre Drachentöter Noritz, Michael, Geribor, Grünkohlwiesel, außerdem der großartige Jan Lippert, Didi wieder da, ein kostenloser Sebastian Vettelhaarschnitt für Jeff. Ich heiße Jeff. Was, was? Hey, Moment. Es ist der gleiche. Nein, 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 also einer war ein kostenloser Sebastian Vettelhaarschnitt für, das ist ein User. Und Jeff, ich heiße Jeff, ist der nächste User. Numemon, Sebastian Diehl, Markus Mähler sagt folgendes, bitte nicht in die Mikrowelle stecken. Der Hamster. Wow, das ist ja sehr gut. Die Epic Snowwolf spielt den Xenoblade-OST auf der Vorwärtsgeige von David Hain. Also Leute, die übrigens auch jetzt erst einschalten und diese, die gar nicht verstehen, was hier gerade passiert. Warum denkt er sich so Storys dazu aus, zu den Namen? Ja, das ist nicht, das ist alles die Community. Don Stylo bekommt ein Piraten-Memory-Spiel von Lighty1996. Oh. Das kannst du nicht auch machen. Markus Ottensmann, To Be Chicken, Hauke Braav, Last The Ace, Pavor Dionus, McLovin008, Schmobbin Schmeiger und sein Partner, Narogard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontanian hat romantisches Interesse, wurde aber zurückgewiesen von Django Fett 1. Also immer noch. Immer noch. Du kannst mittlerweile doch eigentlich mal. Leider nix draus geworden. Oder du musst halt damit einfach mal leben. Also beides. Max Goisser, Thomas Katzke, Patte und der Erlauchte, Zombie und Wintercracker und Günni des weiteren Maudado, Stefan T-Bone, Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hühndorf, Julia Marinitsch, Lignum und Simon Dupicay. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Danke, schön. Schönes Blut. Da kriegt jetzt jemand einen kostenlosen Sebastian Vettel Haarschnitt, ist doch schön. Der Arme. Ich wollte heute Morgen zum Friseur tatsächlich, aber noch was zu voll da. Einmal Sebastian Vettel, bitte. Ja, ich wollte mal einfach zeigen, gucken Sie mal, machen Sie mal das nur umgekehrt. Jetzt genau, also genau das, was er, was er kurz hat, hätte ich gerne lang. Ah, dann hättest du ja oben so ... Jaja, das wäre ein interessantes Spiel. Den würde ich einfach gerne mal Sebastian Vettel zeigen. Okay, dann könnt ihr euch schon vorstellen, wie Robin demnächst aussieht. Das ist mein Weg zur Formel 1, Tom, sonst klappt es nicht. Ist die Frisur so eine Voraussetzung? Ist da irgendwas aerodynamisches, aber du hast noch einen Helm auf. Oh, das ist eigentlich ein ganz cooler Punkt, dass du hier so ein Halo ... Ohne Helm ist aerodynamisch. Ich brauche, mein Auto braucht kein Halo, weil ich mir das in die Frisur reinschneide. Oh, so wie ein Final Fantasy-Charakter? Ja, so wie Seymour. Genau. Seymour hat eigentlich auch so einen Halo. Da ist bestimmt so viel Haargel drin, dass das auch das wegfedert. Ja, übrigens, das hat jemand in den Kommentaren gefragt, wenn wir jetzt nichts mehr über Formel 1 reden, wie sehr, ob und wie sehr das Halo die Sichtweite des Fahrers beeinflusst. Weil dieser Streifen davor ist? Genau, gar nicht. Also einfach das gar nicht. Also das ist genau so positioniert, dass du quasi mit deinen Augen dran vorbeiguckst und es quasi nicht siehst als Fahrer. Auch wenn das sehr überraschend ist, weil es wirkt einfach so, ob ein fettes Ding vor seinem Kopf ist. Aber nein, das ist quasi unsichtbar für den Fahrer. Okay. Finde ich aber auch witzig. War auch der erste Gedanke, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wo man so denkt, ey, das ist nicht ein Bild. Das haben auch die Fahrer gesagt. Da haben auch die Fahrer sich Sorgen gemacht. Weil die haben ja auch verschiedene, das ist eigentlich eine ganz lustige Anekdote, die haben ja verschiedene Schutzmaßnahmen ausprobiert. Unter anderem auch quasi so ein Glas davor, wo es dann wirklich so ein Schutzglas davor hat. Und da wurde halt ein Vettel schlecht bei. Da konntest du nur eine Runde damit fahren, weil dadurch, auch wenn es so ein ganz kleines bisschen ist, weil es durch die Schutzglas wird, hat so ein bisschen deine Sichtweise verzögert, also nicht verzögert, sondern verändert. Du siehst das. Verzerrt wahrscheinlich ein bisschen. Verzerrt das Wort, was ich suche, genau. Und es wurde halt so genug verzerrt, dass er quasi Motion Sickness bekommen hat. Dadurch, dass er das durch dieses Glas gesehen hat. Aber interessant, dass man das durch so ein Kuppelglas bekommt, aber nicht durch den Helm. Ja, ne? Also fand ich auch eine lustige Anekdote, deswegen konnte er nur eine Runde damit fahren, aber ihm so schlecht, dass er damit nicht mehr fahren konnte. Und auch bei dem Halo war das halt eine der Sachen, die die Fahrer gesagt haben, weswegen sie da ein bisschen skeptisch teilweise waren. Aber selbst die Leute, die die Halos immer noch nicht mögen, haben beim Fahren gesagt, nee, das fällt einfach nicht auf. Merkt man nicht, okay. Naja, dann ist das doch okay, wenn das jetzt auch noch vor Unfällen schützt tatsächlich. Ja, das muss man dann noch sehen, ob sich das so ergibt, aber eigentlich, also ich vertraue da schon, dass die FIA da genug Tests gemacht hat. Gut, dann soll es das gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschüss. 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 Tschüss.